Ich run die Mann, dass sie ziemlich viel, dass die GameShark benutzen. So, Ziff hat mir gerade das Go gegeben, denn will ich auch nicht weiter üben, sondern ab die Post. Legen wir mal los. Muss reichen. So, jetzt habe ich das Spiel nämlich auch ganz normal gestartet, anstatt durch dieses Hacker-Portal. Weil hacken ist ja nicht gut, okay? So, äh, hi alle zusammen, würde ich erstmal sagen. Moin. So, ihr Leben, Leute. Wir werden jetzt sehen, das große Finale des Zelda-Anniversary. Und zwar mit Cryptag on dem Windwaker-Run. Hi, das bin ich. Yo, das ist Cryptag. Ähm, ja. Ich bin euer Nebenkommentator, mal wieder. Ich bin ja, Theandros. Und wir werden jetzt ganz viel Spaß haben, würde ich sagen. Ja, das hoffe ich doch mal. Ja, ähm, Windwaker, halt ein 3D-Zelda-Teil zum Speedrun, ähm, komplett anders, als wie ihr es vielleicht in einem Casual seht. Ich mache sehr viel aus der Reihenfolge. Ähm, ich habe gestern den TAS kommentiert mit Auri zusammen. Und ihr werdet auf jeden Fall, ähm, andere Strats sehen, als im TAS. Und die Reihenfolge ist auch noch ein bisschen anders. Also, ja. Ist nicht ganz so crazy, wie in dem TAS gestern. Wie viel schneller ist denn der TAS im Gegensatz zu einem normalen, menschlichen Run? Ähm, verglichen mit Weltrekord ist der TAS ungefähr eine Stunde, zehn Minuten schneller. Also, die ganzen TAS-Only-Stats. Ja, ein bisschen. Der TAS, ähm, schneidet sehr viel Zeit ab. Dadurch, dass du halt viele Sachen, die in normal RTA, ähm, einen gewissen Glitch brauchen, um was zu machen, kann der TAS das alles quasi ohne Glitches machen. Weil der TAS einfach unmenschliches Movement machen kann. Wie zum Beispiel den Stick 30 Mal pro Sekunde links und rechts hauen. Das kannst du als Mensch halt nicht. Da kannst du dann... Kannst du dann zwar probieren, aber das wirst du nicht hinkriegen. Kannst ja mal den Leuten erklären, was die links oben im Bild Schönes sehen. Ähm, das ist mein Controller, den ich gerade benutze. Ähm, ich benutze ein Input-Display. Das ist mehr oder weniger einfach nur ein Chip, der programmiert ist, den Controller zu erkennen. Das Signal wird dann gesplittet, einmal in den Computer, einmal in die Konsole. Und, ähm, mit einer Software kann ich dann mir das anzeigen lassen. Und das capture ich dann einfach mit OBS. Und, ja. Natürlich geben wir uns erstmal das epische Intro, das überhaupt nicht lange dauert. Genau, das Intro, das nur 5 Minuten dauert. Das ist immer wieder geil zum Anschauen. Oh, ihr habt das Intro Hype Emote. Das muss ich auch erstmal nutzen. Ja. Ich bin ja anscheinend uncool, weil ich seh das nämlich einfach nur Intro Hype. Dann musst du dir wohl FrankerFaceZ downloaden. Okay. Äh, wo ist meine Decke? Ich komm gleich wieder. Ich muss eh nichts machen. Jo. Ja, das wird die, ähm, Any-Person-Kategorie. Und wir werden ziemlich viele sehr lustige Dinge sehen. Und wie CrypTech schon gesagt hat, er wird ziemlich viel außer der Reihe machen, wo man sich so denkt, Moment mal, ich hab das doch ganz anders gemacht, wenn man ein Spiel schon mal gespielt hat. Und, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen werden wir die Leute spoilern. Können wir, äh, vielleicht hier schon mal sagen. Also, wenn ihr das Spiel komplett blind spielen wollt, wenn wir dann sagen, haltet euch die Ohren zu, solltet ihr das vielleicht tun. Ja, ähm, ich werde auch an dieser Stelle einfach eine Spoiler-Warnung rausgeben, wie du das halt gesagt hast. Ähm, ja, wer das halt nicht, ähm, gespoilert haben möchte, der sollte halt jetzt gehen. Ähm, und vielleicht noch eine, also das meine ich ernst, das meine ich jetzt nicht irgendwie aus Laune, eine Epilepsie-Warnung. Nämlich werdet ihr nachher ein bisschen Geflacker und Gedödel sehen, was vielleicht nicht so gut für Epileptiker ist. Und, ja, ja, das wollte ich einfach mal so raussagen. Ist auf jeden Fall berechtigt. So, das Intro ist schon fertig. Denkste, geht noch eine Minute. Ähm, jetzt ist quasi die, die Legende zu Ende. Die erzählt, ähm, was ist denn passiert mit unserem Land und wir brauchen unbedingt unseren Helden. Wo bleibt unser Held? Hilfe. Und, nachdem es heißt, und der Held kehrte nie wieder zurück. Ähm, Kamera schwenkt um auf mich. Ich bin der Held. Am, am Pennen. Wie immer, am Pennen. Genau. In jedem Zelda-Game, Mann. Oh ja. Obwohl, in der MM-M war, nicht am Pennen, sondern außer Gefecht. Oder weniger. Das kann man ja sehen, wie man will, ne? Jo. Wie lange runnst du das Game? Schon viel zu lange. Ähm, seit Ende 2014. Ihr werdet vielleicht hier und da mal, äh, hier diese schönen Geräusche von dem Controller hören. Einfach weil GameCube-Controller sind dafür bekannt, dass sie ein bisschen lauter sind als andere Controller. Und, ja. Ich mesche halt fast. Das hört man halt hier und da. Und was ist deine PP? Äh, 411.03. Mhm, okay. Die habe ich vor einer Woche geholt. Und der WR ist bei 3 Stunden noch irgendwo? 3.55. Ha! Ich wusste es. Äh, WhiteRose fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Spiel zu runnen? Das ragt schon eine riesige Zeit zurück. Ähm, nämlich habe ich damals einen Runner, früher bekannt als Cosmo, äh, habe ich immer gerne geschaut. Und er war halt so der, der Gott von Wind Waker. Und zu ihm habe ich halt aufgeschaut. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, selber zu speedrunnen. Also ich habe auch nur wegen ihm angefangen, speedrunnen zu schauen. Damals bei HDDQ 2012 habe ich sein Ocarina of Time Run gesehen. Und seitdem folge ich ihm eigentlich auch. Und, ja, habe dann einfach immer geguckt. Das war eigentlich ziemlich cool. Und der Kylović wünscht dir Geld. Ja, danke, Kyle. Ja, also ich werde so dafür da sein, für ein bisschen Konversationen zu betreiben und blöde Fragen zu stellen. Genau. Und ich, äh, ich glaube, über die Grenzen von German schon bekannt, dass ich das richtig gut kann. Das finde ich auch nicht schlecht, weil ich persönlich bin nicht so der, ich erzähle nicht so viel von mir aus. Also ich bin jetzt nicht so einer, ja, jetzt, äh, das sollte man machen und dann das hier und so, ist nicht so meine Art. Deswegen ist es gut, wenn da einer dabei ist, der hier und da eine Frage stellt. Und ich werde halt auch die Fragen aus dem Chat weitergeben. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ich habe den Chat im Auge. Und wenn ich mal eine längere Zeit nichts sage, dann ist das deswegen, weil Kylo wohl mal eine Runde Serious Time braucht. Kylo? Äh, Kylo holen. Cryptic, Kylo, alter, ihr macht mich total durcheinander. Ihr macht mich total durcheinander. Dieses Doppel-K. Lol. Passiert. Das ist nur nicht. Ja, man soll es mir verzeihen, Mensch, ich habe gerade einen golden Döner-Teller gegessen. Ich habe auch schönen Döner gegessen, mit Dick-Pommes. Also, wenn ich mit einem Run auf einmal stehen bleibe, ähm, und irgendwie nichts mehr sage, dann bin ich schnell aufs Klo, ein bisschen Ballast am Pfeifen. Ja, und wenn ihr, und wenn ihr irgendwie, äh, auf einmal ein Stereo schnarchen hört, so, dann sind wir eingeschlafen, wenn wir zu voll gefressen sind. Ja. Könnte ich, ich höre noch etwas lauter machen, ist es gut, dass du das sagst. Ja. Jetzt bin ich nämlich gerade in der Cutscene. Wollte ich gerade vorlesen. So, äh, habe ich gemacht. Kannst ja mal ein bisschen was sagen und gucken, ob das jetzt stimmt. Ob das jetzt... Hallihallo, hallöle, ich rede immer noch. Das ist immer gut, weil Wind Waker besteht nämlich aus, äh, einer Stunde, 36 Minuten Cutscenes. Da habe ich immer ein bisschen Zeit, ähm, an den Settings rumzufuschen. Taitai wird von Kryptex-Controller übertönt. Ha, 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 ha. Noch ein bisschen lauter. Zum Glück bin ich gerade am Schwimmen, da muss ich nämlich auch nichts machen. Kannst du mal was sagen? Noch ein kleines bisschen lauter. Test, test, lalalala. Ist es eigentlich schwer, äh, Wind Waker zu lernen? Hm, leider schon, ja. Wind Waker ist, ähm, von den Konsolen, also nicht Handheld, sondern Konsol-Zelda, ist es das schwerste von allen Zelda-Teilen zu lernen und auch, ähm, ja, sich zu verbessern. Weil, äh, es hat sehr viele Tricks, ähm, die du lernen musst, sonst kommst du halt nicht weiter im Run und die sind sehr, sehr schwer und für Anfänger wirklich, ähm, ups, und für Anfänger sind sie halt wirklich echt unfair. Jetzt sind wir hier bei, ähm, Father Orca auch für ein Geschwerte. Wie man sieht, guck mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bonk hier die ganze Zeit bei ihm, ich weiß nicht warum. Witzig. Ich, ich verstehe es nicht. Ich musste gleich mal, ich stecke gleich meinen Controller nochmal außen wieder ein. Irgendwie nimmt er immer irgendwas an. Eins, zwei, drei, vier. Ja, keine Ahnung. Nenn mal, nenn mal so die, die Reihenfolge von den Konsolen-Zeldas vom schwersten zum leichtesten. Äh, Wind Waker, dann TP und Skyward Sword sind meiner Meinung nach beide auf dem zweiten Platz. Und, äh, dann MM und dann Ocarina of Time. Das Intro kann man in HD aber skippen. Ja, genau. Okay, interessant. Da spart man dann seine, da spart man dann seine vier Minuten. Weil du kannst nicht das ganze Intro skippen, du kannst nur diese Legende am Anfang skippen. Aber, danach, dann wie deine Schwester dich weckt, das kann man nicht skippen. Aber, ja, das sind trotzdem gut vier Minuten, die du skippst. Und bei dem, bei dem Zelda ist es tatsächlich, äh, von der Fortbewegung her schneller zu rollen. Genau. Rollen ist hier die schnellste, nicht geglitschte Fortbewegungsmöglichkeit. Ähm, das zweite wäre, ähm, Superswim-Movement aufs Land übertragen, was aber halt, ähm, RTA-technisch nicht wirklich gut möglich ist. Tess macht das sehr viel, aber in einem Run kann man das nicht so gut machen. Was mich ja an, was bei, also was mir an Wundwaker so viel Spaß gemacht hat, das war ja diese, diese verschiedenen Mimiken von den ganzen Charakteren. Ja. Das hat so Spaß gemacht. Ja, das finde ich auch ein sehr nettes Feature. Ich glaube, das ist Wundwaker auch so ziemlich das einzige, ähm, Zelda-Spiel, wo das wirklich gut beachtet ist. Ja, bei TP haben sie es, äh, halt auch versucht, aber das war halt nicht so wirklich gut umsetzbar. Ja, ja, finde ich auch. Ich bin mal gespannt, wie es bei Breath of the Wild wird. So, jetzt haben wir die Piratenprinzessin gerettet. Jetzt hast du gespoilert. Hab ich nicht. Ich weiß. Oder doch? Nee, oder doch. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, sie ist, ich weiß nicht, ob man, sie ist einfach der Captain dieser, ja, komischen Piraten-Crew. Ja, so war das gemein. Piraten, Captain, Captain-Dings, Piraten-Prinzessin, so irgendwas in der Art. Ja. So war das gemein. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Cutscene. Weil Cutscene so viel Spaß machen. Genau. Also, Wundwaker ist wirklich ein Spiel für alle Leute, die gerne Cutscene schauen. Ähm, wirklich. Eineinhalb Stunden Cutscenes läuft. Ich glaube, die einzigen Spiele, von denen das noch übertroffen wird, das ist von der Metal Gear Solid 3. Oder einfach irgendwelche RPG-Games. Ja, klar. Die haben in der Regel auch ziemlich viele Cutscene. So, jetzt wurde meine Schwester entführt und damit beginnt eigentlich auch die Reise. Jetzt mache ich mich auf den Weg, sie zu retten. Und nebenbei rette ich halt die Welt. Joa, nebenbei kriegst du dann gesagt, achso, du hast jetzt deine Schwester, du könntest jetzt gerade auch die Welt retten. Joa, so ungefähr. Hast du ja nichts Besseres zu tun? Genau. Na ja, jetzt geht halt die... Die Kapitänin, ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form davon heißt, geht jetzt hin und sagt so, wie, wir sollen dich mitnehmen? Nö, keinen Bock. Genau. Der Briefträger sagt dann so, ja, hallo, die Schwester wurde nur entführt, weil der Vogel dich nicht gekriegt hat. Und dann so, ja, okay. Und dann sagt er noch, und außerdem hat er dich vor diesen Monstern gerettet, du solltest ihm dankbar sein, blablabla, nimm ihn doch einfach mit. Und dann sagt sie, ähm, ich lass dich aber nicht mitkommen, wenn du kein Schild hast, und dann muss ich mir ein Schild holen. Ja, die Piratin heißt Tetra. Genau. Ich hab dir immer Tetra ausgesprochen. Kann man ja auch, ist ja, weiß ich auch nicht. Es gibt ja keine Vorgabe, wie man die aussprechen kann. Ich denke nicht. Ich hab damals, als ich Casual gespielt hab, wollte ich auch da hin und wollte den Schild holen. Und da war der ja nicht mehr da. Genau. Und mir, und ich hab mich da oben dumm und wärmlich gesucht. Ah, wirklich? Mindestens fünf Minuten, Alter, ohne Scheiß, bis ich da mal auf die Idee gekommen bin, runter zu gehen. Nice. Ohne Shit. So, und jetzt gibt unsere Oma uns das Schild, den Schild, wie auch immer. Und sagt, ja, komm, rette sie, alles wird gut. Ja, das ist unsere Oma traurig, weil, äh, wir gehen ja weg und, äh. Also, Becky sagt, es heißt den Schild. Ich weiß, dass es den Schild heißt. Ich hab's auch extra nur so gesagt, weil ich weiß, dass hier irgendwelche Leute getriggert sein werden. Hast du gut gemacht. Weil das Schild und der Schild ist nämlich ein Unterschied. So, und jetzt schließe ich mal den Stream. Weil von hier an möchte ich nämlich gar nicht wissen, wie ich in der Zeit liege, um ehrlich zu sein. Wenn du mal, äh, wenn du es mal wissen willst, kannst du mich ja fragen. Ja, werde ich machen. Ich hab auf jeden Fall Timer und so alles versteckt, damit ich nicht irgendwie sehe, ob ich mich konzentrieren soll und auf PV-Tryharden soll oder einfach nur runnen soll. Wenn ich den Timer nicht sehe, dann chill ich meistens. Hat's eigentlich einen Grund, warum du, äh, den Spielstand Zell-Zell-Danny oder so genannt hast? Ja, weil das Event heißt ja Zell-Danny-Versary und deswegen, ja. Ach so! Lol, das Wortwitz. RIP-Tec SR, geiler Haarstedt, wo hast du denn, äh, wo hast du den machen lassen? Berufsgeheimnis. Der Schild schützt dich vor Angriffen. Das Schild nur davor, dich zu verirren. Das ist ein guter Spruch. Wow. So, jetzt kommen wir zur ersten großen Hürde in diesem Run. Nämlich zu diesem Seilsprung. Das ist kein Seilsprung, sondern, wie könnte man das sagen? Hm. Man schwingt sich jetzt von Seil zu Seil. Also wir sagen eigentlich immer einfach Rope Game dazu. Und, jo. Schauen wir mal, ob ich das schaffe, ohne runterzufallen. Steht das für Satan's Row? Nein, das SR steht für Sausage Rider. Jetzt hast du deine Antwort. Ja, Becky kennt das Meme. Wie ich das, äh, wie ich das das allererste Mal gemacht hab? Ich glaube, ich hab da schon so meine 5 Minuten, 10 Minuten gebraucht, wenn ich da das erste Mal durch war. Dann hoffen wir, dass das bei mir jetzt nicht so lange dauert. Ja, das wär ganz vorteilhaft. Du so als Speedrunner, das wär ein bisschen doof, ne? Ups. Nice. Der wollte meinen Arct-Knopf nicht haben. Schon sind wir einmal runtergefallen. Nice. Es wäre kein Marathon-Run, wenn man nicht das Rope Game verkacken würde. Okay. Ich glaube, ich hab beim letzten Zeldaton auch meinen... Hab ich auch beim Rope Game verkackt. Ist gut möglich. Das ist nicht so tragisch. Wie viel hast du da jetzt verloren an Zeit? Hm, wahrscheinlich so an die 35 Sekunden. Hm, okay. Also ich würde an dieser Stelle jetzt, ähm, einfach weil mein Outset schon so schlecht war, äh, würde ich hier schon lange resetten. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon an die... Boah, eine Minute bin ich bestimmt schon hinten. Okay. Also hinter deiner Pipi meinst du? Ja. Also es ist ein sehr schlechter Start, aber wir wollen das Beste daraus machen. Okay. Vielleicht eine Safe Strat weniger machen. So wie jetzt, wenn ich jetzt, ähm, es schaffe, die Leiter perfekt hochzuklettern und den Text, ähm, perfekt zu maschen, dann werde ich versuchen, den schnellen Licht-Cycle zu machen, welcher sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber, ja. Nope. Wird nix. Ich hab die Leiter verfehlt. Schade. Du hast wirklich höchstens irgendwie 0,5, 0,6 Sekunden Zeit, ähm, hier Fehler zu machen, ansonsten schaffst du den Licht-Cycle nicht mehr. Also muss ich jetzt einfach wie gehabt den alten Light-Cycle machen, aber das ist eigentlich okay. Das kostet mich vielleicht 8 Sekunden. Was meinst du mit Light-Cycle? Ähm, während dieser Cutscene bewegen sich die Lichter in der verwunschenen Bastion schon, hin und her. Und je nachdem, wie schnell ich da ankomme, ähm, stehen die Lichter an einer bestimmten Position. Und wenn ich es schnell genug schaffe, dann stehen sie genau so, dass ich mir die zwei roten Rubine holen kann, ohne darauf zu warten, dass die Lichter aus dem Weg gehen. Und das, äh, spart so 8 Sekunden. Und Nele wünscht dir GL. Dankeschön. Der verwunschenen Bastion habe ich damals auch ewig gebraucht, bis ich immer gestrahlt habe, was ich da überhaupt genau machen soll. Dass man da einfach die Lichter ausmachen soll. Das heißt einfach, find dann auch mal den Weg zu den ganzen Scheinwerfern und alles. Ja, ich habe hier auch ein bisschen zu viel Zeit verbracht damals, als ich das Casual gespielt habe. Ja, in einem Speedrun dauert die ganze, also der ganze Dungeon dauert hier so eine Minute 30 oder so, oder zwei Minuten. Also, ist doch ganz schnell. Das ist das allercoolste an diesem ganzen Spiel, diese Mimik jetzt. Ja, das finde ich auch sehr nice. Die man jetzt sieht, wenn die winken ihm erstmal so schön. Und jetzt genau diese Mimik. Äh, Frage von Xeon. Ach wie, ist das Gamecube? Das ist Gamecube, ja. Ich spiele auf einer Wii, aber das ist die Gamecube-Version und ich spiele mit einem Gamecube-Controller. Weil ich bezweifle, dass du das Spiel mit einer Wii-Fermedienung spielen kannst. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich geht's nicht. Das ist die normale Wind Waker-Version. So, jetzt das, was ich vorher angesprochen hatte, dass ich jetzt auf die Lichter warten muss. Das heißt, ich kann hier auch in Ruhe am Rand die grünen Rubine einsammeln. Ohne Zeit zu verlieren, weil ich sowieso warten muss, bis die Lichter aus dem Weg gegangen sind. Äh. Heute ist nicht so der Tag zum Run, habe ich das Gefühl. Noch viele Fehler, so kleine Fehler, die ich sonst nicht mache. Hättest du mal die Pommes eben weggelassen? Hat was. Die liegt mir wahrscheinlich wie ein Stein im Magen. Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Wie viel hast du jetzt gerade durch, äh, den Skip hier gespart? Dadurch, dass du hier gerade in dieses Fenster direkt reingesprungen bist? Ähm, wahrscheinlich so eine Minute oder so. Also verglichen mit Casual oder sowas. Und wie du das vorhin angesprochen hattest, ähm, mit den Lichtern, die man hochmachen muss. Äh, man muss eigentlich nur eins der Lichter hochmachen. Weil, das ist das einzige Licht, was wirklich auf dem Weg liegt. Äh, auf dem Weg zum Ausgang halt. Deswegen, eigentlich muss man nur das deaktivieren und das reicht. Ich hab's keine Schuld, bin einfach immer nach Ballet deaktiviert. Ja, das ist auch einfacher. Ich bin so oft in den scheiß Knast geflogen, Mann. So, was man hier jetzt noch machen kann, äh, hier sind die Moblins. Die, die dich, wenn sie dich sehen, äh, yo, ab ins Gefängnis. Ähm, aber wenn ich die, diese Tonne hier aufnehme und wieder ablege, dann bin ich für eine kurze Zeit unsichtbar und kann einfach, um, kann ich die, die ganzen Moblins einfach ausweichen. Und Türen aufmachen ist das Schwerste im ganzen Game, wie man hier schön sieht. Link ist nicht schwer genug, er kann die Tür nicht aufpoken. Aufdrücken, ja, aber nicht aufpoken. Ich hab's probiert. Selbe Spiel wie eben, Tonne kurz aufsammeln, wieder ablegen und einfach an dem Kollegen vorbeispazieren. Weißt du vielleicht, woran das liegt, dass man da noch für einige Sekunden unsichtbar ist? Äh, warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist einfach so. Vielleicht, ähm, rechnet das Spiel nicht damit, dass du sie sofort wieder ablegst und hat einfach gesagt, ähm, ja, sobald er die Tonne aufnimmt, geben wir ihm fünf Sekunden Unsichtbarkeit. Äh, ja, Punkt aus, so machen wir das. Und vielleicht haben sie halt nicht daran gedacht, dass du die Tonne einfach wieder absetzen kannst und versuchen kannst, an ihm vorbeizulaufen. Ähm, aber das wäre halt nur eine Theorie. Das weiß ich halt nicht, ob das stimmt. So, und das war's schon. Schon sind wir fertig. Jetzt gibt's ja erstmal wieder ein Erschwert, damit wir wieder zuhauen können. Genau, ist ja langweilig sonst. Zelda ohne zuhauen, das wär mal was Neues. Ja. So, das ist die erste, etwas längere Cutscene ohne Text. Ähm, da mach ich mir immer wieder mal ein Snack auf oder, ähm, trink schnell was oder so. Yay, wir haben unsere Schwester gefunden. Yay, Spiel vorbei. Genau. Ich kann wieder nach Hause, das Spiel ist zu Ende. Aber das wäre ja... zu einfach. Und deswegen kommt dieser blöde Vogel und wirft uns einfach weg. Der Vogel hat ja wohl voll den Vogel, ey. Der Spruch ist so alt und er ist immer wieder witzig. Ein bisschen flach, aber ja. Ja. Wenn du irgendwelche Beschwerden hast, ne, beschwere dich bei Ziv, der ist dafür verantwortlich. Ich hab gewusst, was er dir antut. Okay. Na dann. Pazifisten-Hippie-Link. So würde das Zelda heißen, wenn Link keine Waffen hätte. Auf jeden Fall. So, und hier treffen wir unseren, unseren neuen treuen Begleiter. Nämlich dieses hübsche kleine Boot, der uns ab jetzt super behilflich sein wird. Der uns gerettet hat vom Ertrinken, nachdem uns der Vogel aufs Meer geworfen hat. Der rote Leuenkönig? Genau. Und in dieser, in dieser Anfangsstadt, wo wir jetzt sind, ein Portemonnaie, da hab ich ziemlich viel Zeit verbracht, weil man da ja unheimlich viel entdecken kann. Oh ja. Ich glaube, allein auf dieser Insel gibt es neun Herzteile zu finden. Mit den richtigen Sidequests, wenn man sie kennt. Also man kann auf dieser Insel schon sehr viel Zeit verschwenden. Oder verbringen. Es gibt auch einfach so sehr viel von den Charakteren her zu entdecken, was die dir zu erzählen haben und alles. Ist schon sehr cool gemacht. So, jetzt erzählt ihr uns das Boot hier. Ja, ich würde dir gerne helfen auf deiner Reise, aber ich hab kein Segel, bitte kauf mir ein Segel. Also, ja, die wollen immer Geld von einem. Ein Boot, das sein Segel verloren hat. Joa, sieht man ja auch jeden Tag. Ich frag mich, wie er überhaupt zu mir hingegangen ist, ohne ein Segel. Irgendwie muss er mich ja geholt haben. Vielleicht mit dem Schunkeln die ganze Zeit, weißt du sowas? Achso. Joa. Das hat bestimmt einige Zeit gedauert dann, bis er da war. So, holen wir uns hier 80 Rubine, damit wir uns das Segel leisten können, das der Typ von uns möchte. Wir stellen uns hier zu dem Eskimo. Nennst du den auch einfach immer nur Eskimo? Ich nenn den einfach nur Eskimo, ja. Mach ich auch immer. Also, der heißt, äh, Tsunari, aber ich glaub, alle nennen ihn einfach Eskimo. So. Gehen wieder zurück zu unserem Bootilein. Sagen, ja, alles klar, Chef. Äh, lass mich rein. Auf geht's. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten kleinen Tag. Ähm, die nennt sich Sail Pumping. Und zwar, jedes Mal, wenn man das Segel rausholt, dann kommt dieser kleine Boost, dass es wohl so nach vorne gepusht wird. Und das mach ich einfach sehr oft. Und dadurch bekomm ich immer vollen Speed, ähm, beim Segeln. Und das spart relativ viel Zeit. Und jetzt sammeln wir uns hier Rubine für später. Aber für was sagen wir natürlich nicht, weil, hey, das wär ja Spoilern. Das wär natürlich Spoilern. Hier ein roter Rupee, ähm, sehr gemein, falls Anfänger dieses Spiel lernen und denken sich, oh, geil, ein roter Rupee. Ähm, holt ihn euch am besten nicht, weil, ähm, das sind 20 Rubine. Aber wenn ihr dieses Barrel-Minigame, was ich hier gerade mache, fertig macht, habt ihr 80. Und ihr braucht mindestens 70 später. Also, lasst euch nicht von dem roten Rupee wegbaiten. Das kostet euch nämlich bis zu zwei Minuten. Ja, im Chat kommen die Fasswitze wieder hoch, wie immer. Ja, super. Schlägt dem Fass ja den Boden aus. Ja, das ist einfach nur unfassbar, dass hier immer die Fasswitze kommen. So, schon sind wir auf Schießmichtod, Dragonroost Island, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Draco, irgendwas, oder so. Äh, Draco, Draconia. Draco, Draconia, genau, so heißt er. Genau, Draconia, mit K. Ja. Hm. Und hier finden wir das wichtigste Item im ganzen Speedrun, nämlich den Wind Waker oder Taktstock. Ähm. Ja, und mit dem machen wir halt so ziemlich 80 Prozent, äh, gut 90 Prozent aller Glitche äh, benötigen, den Wind Waker zu machen. Der erste Glitch, ähm, das ist auch der, der für den, für den man halt alles braucht. Ähm, das ist der Glitch, der sich Storage nennt. Wenn man fällt, während man den Wind Waker zieht und drei Frames, bevor man den Boden trifft, ähm, den Wind Waker weg macht, dann landet man in einem Stadium, das sich halt Storage nennt. Und in diesem Stadium, ähm, kann man ganz verrückte Sachen machen, auf die ich dann eingehe. Ähm, aber eins der wichtigsten ist, man kann sich die Kamera locken. Und, was das zur Folge hat, ist, wenn man nach oben hält, dann macht Link eine 180 Grad Drehung, äh, auf jedem Frame. Warte, ich kann nicht reden und spielen. Und, ähm, wenn man im Wasser ist und sich um 180 Grad dreht, bekommt man minus drei Speed. Einfach, weil das Game möchte, dass du dich sofort umdrehst. Deswegen tötet es deinen ganzen Speed und gibt dir einfach minus Speed. und was wir machen in dem, ähm, mit der gelockten Kamera, ist, wir drehen uns 30 Mal in der Sekunde, 180 Grad, was heißt, wir bekommen minus 90 Speed pro Sekunde, laden uns dann das auf, für irgendwie 20, 30 Sekunden und schon haben wir, äh, einen Super Swim, mit dem wir uns über den, äh, ganzen Ozean katapultieren. Also, ich werde jetzt nicht hier, wie gehabt, den ersten Dungeon machen, sondern ich verdünnisiere mich und, äh, hole mir erstmal Bomben, weil die sind interessanter als ein Dungeon. Der Trick, der ist jede, jedes Mal einfach beeindruckend zu sehen, ey, das gibt's nicht. Das ist der Trick, für den nicht am Anfang die Epilepsie-Warnung rausgegeben haben. Aber auch, weil der Bildschirm schön am flashen ist, dabei. Das hier ist der schwerste Super Swim im ganzen Run. Ähm, und ich hoffe, dass ich ihn ziemlich schnell hinbekomme. Es ist lange her, dass ich ihn nicht First Try hatte, aber da das ein Marathon ist, ähm, ja, wissen wir alle, was passiert. Soll ich dir jetzt sagen, dass wir jetzt anfangen mit Taktwitzen im Chat? Musst du nicht unbedingt, aber danke. Okay, dann lass ich's. Ja, First Try. Sehr schön. Das ist doch schon mal gut. Warum hast du da jetzt das Segel ausgepackt? Äh, das ist deswegen, weil, während ich im Camera Lock bin, also, dass ich, ähm, dass ich quasi im Wind Waker Mode bin, aber, ähm, halt mich trotzdem bewegen kann, das lockt mir meine Kamera, deswegen heißt es Camera Lock, ähm, und ich muss Camera Lock loswerden, wenn ich in eine Cutscene reingehe, weil, während der Cutscene versucht das Spiel, Kontrolle über die Kamera zu machen, kann's aber nicht, weil die Kamera gelockt ist, und, dann, crasht mein Spiel. Wenn ich aber das Segel ziehe, ähm, dann cancelt das den Camera Lock Modus, und die Cutscene kann über die Kamera zugreifen und crasht mein Spiel nicht. Deswegen muss ich das Segel ziehen. Der Chat überrascht mich einfach immer wieder, ey, das ist unglaublich. Sind sie noch bei Taktwitzen? Ohne Scheiß. Geil. Nice. Da kommen so Dinger wie, ah ja, bei Zelda muss man ja auch sehr taktisch vorgehen, und, ja, wir sollten ja etwas taktvoller sein, und so Dinger kommen da, ja. Sehr nice, sehr nice. Ja, auf jeden Fall. auf der Insel haben wir eigentlich nichts mehr zu suchen. Die Insel ist eigentlich nur dazu da, dass man den Trigger, Trigger, ähm, dass man die Bomben holen kann. Deswegen verdönisieren wir uns hier auch wieder. Trigger ist nämlich gesetzt, und jetzt holen wir uns die Bomben. Weil wir wollen ja eine Bombenstimmung haben. Das fang ja auch schon an. Eine Bombenstimmung, Granatenwetter hätten wir hier gerne. Ja. Ah. Link trifft den Takt nicht. Oh, lächst mich am Arsch. Oh, wow. Weißt du, ab einem bestimmten Punkt denkst du dir an so, du hast es schon alles gelesen und alles gesehen, dann kommt sowas. Dann kommen so Dinger an. Ja. So, schon sind wir wieder auf Portemonnaie. Ist ja nicht allzu lange her, dass wir hier waren. Und warum wir jetzt zu Greatfish mussten, äh, war halt, weil jetzt ist das Piratenschiff hier. und da holen wir uns jetzt die Bomben. Aber zuerst holen wir uns unseren guten Freund Tingle, den viele sehr gerne haben. Denn ohne Tingle können wir das Spiel nicht zu Ende spielen. Tingle muss uns nämlich später die Karten übersetzen und er schenkt uns ein Item, was ein bisschen wichtig ist für den Speedrun, sage ich jetzt mal, nämlich den Tingle Tuner. Da gehe ich dann gleich noch drauf ein. Zuerst noch eine Runde, äh, eine Frage in den Chat. Du kannst mir dann ja sagen, wie die denn ungefähr abgestimmt haben. Okay. Äh, ich hätte gerne gewusst, soll ich den nächsten Trick, ähm, der so in gut sechs Minuten kommt, soll ich ihn YOLO machen? Ähm, ist ungefähr 30 Sekunden schneller als nicht YOLO. Kostet aber vier Minuten, wenn ich es verkacke oder ich gehe auf Safe und das kostet vielleicht, ähm, nur zwei Minuten, wenn ich es verkacke. Äh, eine Eins für YOLO, eine Zwei für Safe. Ich glaube, das wird relativ eindeutig. Meinst du, was denn, gehen sie auf YOLO? Oh ja! Ja, ja, eindeutig, eindeutig, eins, YOLO. naja, dann habt ihr es so gewollt. So, das war ein Rollclip, oh Gott, äh, das war ein Rollclip. Und zwar, auf dem ersten Frame, auf dem ich Kontrolle über Link habe, nachdem er eine Kante hochgeklettert ist, ähm, kann ich eine Rolle machen, in Richtung der Kante, und das clippt mich dann in die Kante rein, und ich kann quasi durch, durch die Wand durchlaufen. das werdet ihr noch eins, zwei, zweimal sehen in diesem Run, mindestens. Das war, äh, das war aber nicht geplant, dass du ein bisschen zurückgedrückt wurdest, oder? Wo meinst du jetzt? Äh, wo du dich reingerollt hast, bist du noch ein Stück, äh, auf dem Schiff zurückgedrückt worden, weißt du, ach so, ich bin rückwärts gelaufen. Das war vielleicht, ach so! Ich bin rückwärts, äh, Richtung Tür gelaufen, äh, und hab mir einen ziemlich präzisen Winkel geholt, und dann bin ich einfach in die Loading Zone reingesidehobt. Ach so, okay, okay, okay. Hat gerade etwas ungeplant ausgesehen, Nein, das war alles geplant. Alles klar. Ich bin relativ, ähm, äh, bei mir erkennst du es ziemlich schnell, wenn etwas ungeplant ist, das hörst du dann, äh, sofort raus. Hahaha, gut zu wissen. Da werde ich dann vielleicht mal laut ab und zu, muss ich leider zugeben, aber ja, ähm, und wir haben die Bomben. Den Chat darüber abstimmen zu lassen, war taktisch gesehen, äh, eine Bombenidee. Eine Bombenidee? Meinst du, also, wie viele haben denn für nicht YOLO gestimmt? Gar keiner. Gar keiner? Fuck. Hätte ich gesagt, komm, weil du es bist, mache ich nicht YOLO. aber, tsch. Ich meine, einer hat mit 3 abgestimmt, aber... Ne 3? Äh, nee, ich muss wohl, ich muss wohl YOLO machen. Ja. Oh well. So. Jetzt rufen wir unseren guten Freund Tingle, nämlich mache ich jetzt meinen Gameboy an. Ob ihr das hört oder nicht, weiß ich nicht. Machen wir den Gameboy an. Und rufen unseren guten Kumpel Tingle. Tingle. Und jetzt habe ich hier wieder schön 20 Sekunden Zeit. Hier checke ich meistens schnell mein Twitter. Äh, einer hat irgendwas gesagt. Das German Shoutout. Nice. Retweeten. Und wir schauen mal auf Facebook. Aha, cool. Ja, alles gut. Und ja. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum zweiten Dungeon, welchen wir als erstes machen im Speedrun. Aber vorher kommt halt dieser Trick. Ähm, nämlich der Cutscene Skip. Und da habt ihr alle ziemlich eindeutig drüber abgestimmt. Ich werde ihn komplett YOLO'n. Ähm, ist an sich machbar. Äh, meine PB hat den auch, aber hat halt den Unterschied, dass ich auf PB Pace bin, äh, dass ich bei PB Attempts resetten kann. Und einfach denke, ja komm, mach ich's beim nächsten Mal halt besser oder wie auch immer. Aber hier geht das halt nicht. Hier schaffe ich das entweder oder ich schaff's nicht. Das ist halt der feine Unterschied. So. Hier laden wir uns ein bisschen mehr Speed auf als sonst. Weil die Insel ist ziemlich weit weg. so, dann bräuchte ich einfach mal ganz kurz Fokus-Time. Ich sag dann Bescheid, wenn ich, äh, fertig bin, Fokus-Time. Das geht wahrscheinlich ein bisschen, weil ich halt erst, egal, ich sag einfach Bescheid. Genau, zünd du dir mal eine an. Hat man gehört? Scheiße, sorry. Ne, passt schon. Okay. Äh, hoffentlich hat der Chat eine weise Entscheidung getroffen. Töne 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 So, zuerst machen wir hier einen Zombie-Hover. Ähm, das gehört halt zur Yolo-Strat dazu, dass man den Zombie-Hover vor dem Trick macht, weil, ähm, das werde ich denen erklären. Auf jeden Fall, der Zombie-Hover ist nichts weiter als, während ich tot bin, habe ich ganz kurz Kontrolle über Link. Und während dieser Kontrolle mache ich einfach einen Jump-Slash und drücke einfach B mit, äh, 13 Impuls pro Sekunde. Und, äh, dadurch gewinne ich halt an Höhe, weil ein Jump-Slash ist halt wie eine Art Sprung. Und ich mache halt 13 Sprünge pro Sekunde. Und, äh, das bringt mich halt in die, in die Luft. Und, jetzt kommt der Trick, vor dem ich Angst hatte. Äh, let's go. Äh, was noch ein Nachteil ist, RNG hat hier einen kleinen Faktor. Ist nicht sonderlich groß, aber, äh, RNG kann trotzdem Nein sagen. Und das ist dann halt nicht meine Schuld. Und zwar, ähm, schlechter RNG ist, wenn ich kein einziger Choo-Choo, also diese Schleim-Bolzen-Monster, auf der linken, äh, auf der rechten Seite habe. Wenn ich das habe, dann habe ich schon mal, ähm, ja, dann kann ich den Trick gar nicht machen. Okay, ich habe zwei auf der Seite, das ist gut. Ich brauche einfach mindestens eine. Alles andere ist egal. So, jetzt habe ich, äh, Storage eingesetzt, bevor die Choo-Chus gespawnt sind. Hat zur Folge, dass deren AI, also deren Movement und so weiter, ihre Proportionen nicht richtig gesetzt werden. Und die sind einfach darauf programmiert, geradeaus zu gehen. Ähm, und ich kann sie einfach out of bounds pushen und dadurch sterben sie. Was ich jetzt mache, ist, ich time, wie die letzte Choo-Choo stirbt. Und, ähm, sterbe auf demselben Frame, auf dem die Choo-Choo stirbt. Und das ist, äh, sehr schwer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, nein, okay. Da gehen vier Minuten den Bach runter. Naja, also Serious Time ist vorbei. Kannst wieder reden. Okay. Ich bin ein Frame zu früh nach vorne gelaufen. Dieser eine Frame hat mich jetzt vier Minuten gekostet. Weil jetzt darf ich nämlich nochmal Zombie hovern. Okay. Und wenn der Trick funktioniert hätte, was hätte der bewirkt? Äh, ich wäre gestorben und wieder oben auf der Plattform gelandet und ich könnte direkt zum, zum Deku-Blatt rüberspringen. Äh, aber da ich die Cutscene jetzt anschaue, spawne ich unten und nicht oben und muss deswegen wieder hochhovern. Noch dazu, weil ich vorhin gehabert habe, oder gehabert bin, ähm, kostet, äh, hat mich das 20 Rubine gekostet. Heißt, ich muss nachher nochmal Rupees farmen. Und das addet sich alles hoch auf ungefähr vier Minuten. Der Chat-Spam schon RISSEN! Das wäre von mir aus kein Problem, aber wir müssen uns an der Schedule halten. Immer diese Schedules. Ja. Ja, hier sind sie ja jetzt gerade am unterhalten und dann kriegt der Baum jetzt gerade gesagt, hier, Makoros ist weg, der ist da und dahin und, ah! Genau. Ich bin eh der letzte Run, zwinge ich mich nicht wirklich zu resetten. Daher verkacke ich das nochmal und dann. Das ist wie gesagt der schwerste Trick im ganzen Run, ähm, und 90% meiner Resets sind an diesem Trick. Äh, jo. Moin Feuerrübe! Hi. So. Wie eben erwähnt. Meine Entscheidung, Cryptank. Meine Entscheidung? Ja! Ich bin Tiff, der Chef, also... Ich weiß nicht. I don't say anything about that. Warum wirst du eigentlich geheilt nach dem Zombie, aber... Ich habe meinen Game Boy benutzt, um mir einen Trank zu kaufen. Ah, okay. Der hat mich 20 Rubine gekostet. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Ist das eigentlich schwer, so Button zu maschen, dass man die Inputs trifft? Äh, du musst das halt ein bisschen üben. An sich ist es... Also für mich ist es nicht mehr schwer. Aber es hat ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen gedauert, bis ich das wirklich drauf hatte. Und ich konnte vorher gar nicht Button smashen. Hey, Chroma. Moin, Chroma. So. Äh, also der Run ist jetzt offiziell kacke. Er war vorher schon nicht so gut. Und jetzt ist er halt wirklich schlecht. Naja. Typisch Marathon-Runs. So. Marathon-Lug for the win. Jopp. In der Tat. Theoretisch ist PB sogar noch möglich. Aber, äh, ja. Ich hab... Ich lieg jetzt halt vier Minuten hinten. Wieso konntest du gerade ein gutes Stück vor der Kante von dem Ast stehen? Äh, das ist ein Trick, der sich Bulb Skip nennt. Und zwar ist die Hitbox von diesem Blatt ein bisschen größer, als man wirklich sieht. Und, ähm, mit einem sehr präzisen Winkel, ähm, kann man halt auf der... Plattform schon stehen. Mhm. Und King fragt, benutzt du den Game Boy mit deinem C? Und wie lange hast du gelernt, um den Run einigermaßen zu können? Äh, ja, ich benutze den Game Boy mit meinem großen C. Äh, wie auch immer dir das aufgefallen ist. Ähm, ähm, und ich hab meinen ersten Run nach gut zwei Wochen gemacht. Ähm, und nach meinen ersten drei, vier Runs hab ich dann halt gelernt, wie man Buttons mash, weil es gibt eine Route ohne Zombie-Huvern. Die ist gut acht Minuten langsamer. Ähm, und das hab ich halt irgendwie ein paar Monate lang gemacht. Und ein paar Attempts und so. Und dann hab ich halt irgendwann mir ein Game Boy gekauft, das Kabel dazu. Und dann hab ich gelernt, wie man Buttons masht. Und, ja, dann guten Monat, nachdem ich dann alles gelernt hatte, konnte ich dann, äh, runnen. Also ich würd sagen, du kannst gut, äh, nach zwei bis drei Wochen kannst du easy den ersten Run machen. Einen Game Boy Advance SP. Den benutzt du für Tingle-Items. Du kannst Items bei Tingle auf dem Game Boy kaufen und die dann über den Game Boy aktivieren. Und deswegen kann ich auch entweder in der Luft laufen oder so wie hier, kann ich, ähm, dieses grüne Ding unter mir zur Tür schicken, B drücken und dann explodiert das. Das ist eine Tingle-Bombe, die kostet zehn Rubine. Die hätte ich eigentlich auslassen sollen, weil ich zwanzig Rubine zu kurz bin gerade. Ähm, muss ich gucken, ob ich irgendwo Rubine bekomme. Dieser Dungeon ist übrigens der verbotene Hain. So heißt der. Hm. Du hast grad nicht, nicht wirklich Glück, ne? Nicht so ganz, ne. Ich muss gucken, dass ich hier wenigstens einen Rupee noch bekomme. Äh, schlecht. Ah, sieht nicht so rosig aus. Hm. Einen Rupee brauche ich noch. Äh, das Spiel liebt dich gerade, aber richtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, wie gesagt, ähm, das ist eigentlich so ein Punkt, an dem ich resette, wenn ich den Trick fail, aber naja. So, jetzt springen wir nämlich hier diese Blätter auf. Darunter haben wir nochmal 50 Rupees und dafür brauchte ich halt diese 10 Rupees. So, jetzt mach ich nochmal den Glitch, der sich Storage nennt. Äh, wenn man mit Storage eine Kiste aufmacht, dann wird die Animation, wie man die Kiste aufmacht, übersprungen. Und, ähm, links Hitbox verändert sich. Also drastisch. Hat zur Folge, dass ich Wände hochlaufen kann. Wie man jetzt gleich sehen wird. Äh, was ich damit noch machen kann, ich kann mich durch winzige Spalte, Spalten und Löcher und so durchquetschen. Und deswegen werde ich auch, ähm, den, den Boss-Key einfach überspringen. Ich kann nämlich einfach durch die Boss-Tür durchlaufen. Und hier in dem Dungeon sieht man übrigens auch, warum er die Bomben aufgesammelt hat, weil der Dungeon einfach mit den Bomben ein absoluter Witz ist. Genau. Diese ganzen Pflanzen, die ich hier töte, die kann man eigentlich nur mit dem Boomerang oder mit diesen, ähm, Knospen, die überall rumliegen, kaputt machen. Und, da ich halt die Bomben habe, kann ich das Ding einfach, das Zeug einfach in die Luft sprengen. Schlechte RNG. Ich hatte noch nicht einmal gute RNG in diesem Run. Ist echt schade eigentlich. Ja, das ist eigentlich auch eine interessante Frage. Ist der Run sehr RNG-lastig oder hält sich das noch in Grenzen? Ähm, es gibt ein paar Parts, wo wirklich RNG dir den Run kaputt machen kann. Ähm, aber an sich hat der Run nicht zu viel RNG. Es gibt ein paar Minibosse. Also die Minibosse sind eigentlich alle RNG. Aber du kannst nie riesig viel Zeit an die verlieren. Ähm, höchstens so 20 Sekunden. Ist es schon recht viel, aber... Ja, äh, ist halt noch im humanen Bereich. So, nicht so wie bei Pokémon oder sowas. So. Da ich den Boomerang nie bekommen habe, muss ich hier improvisieren. Da kommen mir die Bomben auch wieder genau richtig. Nämlich stelle ich mich hier schön unter den Boss und werfe einfach die Bomben unter ihn. Mit dem richtigen Timing trifft die Explosion die Pflanze, also den Kopf der Pflanze, der innen drin ist. Ähm, und... Ja, dadurch töte ich ihn halt. Ohne den Boomerang jemals bekommen zu haben. Und direkt mal Instakill. Das ist cool. So, was RNG sein könnte, was mir persönlich noch nie passiert ist. Ähm, wenn man den Boss tötet mit Bomben, dann springt Link von der Decke runter. Und man kann auf dem Herzteil landen. Und das ist sehr schlecht. Das kostet wieder eine bis eineinhalb Minuten. Weil man einfach sich wieder sehr viel damagen muss. Und in diesem Spiel ist Damaging sehr langsam. So. Wie liegen wir denn hier zeitlich? Uh, ich bin fünf Minuten hinten. Okay. Hast du doch deinen Timer im Blick? Hab ich jetzt, hab ich jetzt gerade mal raufgeblinzelt, ja. Ähm, ich hab eine Minute verloren, nur um Rupees zu finden. Das ist doch sehr interessant. Naja. Rupees sind eine Sache des Teufels. Ja. Heiho, Goron. Hi. So, schon haben wir hier die zweite Perle, welche die erste Perle ist für uns. Ähm. Die haben einen ganz blöden Namen im deutschen heißen. So, Dämon. Ja, genau. Sie heißt irgendwie Dea... Dämon oder genau. Ja, Dea... Ich glaube, es wird geschrieben Deamont. Ja. Ist echt komisch. Die heißt einfach Perle auf Englisch, also... Ja. Toll. Und die Musik, die jetzt kommt, die ist so cool. Die ist echt cool, das stimmt. Ein altes Meme innerhalb der Wundraker Community ist, ähm... Während die Sarkazien, äh... Spam halt alle mal Aaaaaaah... Auch weil die halt so singen, dieses Aaaaaaah... Aber ja. Das ist schon ziemlich ausgestorben, das Meme. So, ähm... Der Run ist theoretisch immer noch pb-able. Pb-able. Nice. Einfach pb ist noch möglich, theoretisch. Einfach... Ja... Mit fünf Minuten schon hinten liegen. Ziemlich unwahrscheinlich, aber... Hoffen wir mal, dass ich im Estimate liegen bleibe. Wie Zwift schon gesagt hat, du bist eh der letzte Runner, den wir sehe gerade. Alles egal, also... Ja. So, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Damage für später. Aber gleich machen wir nochmal einen Zombie-Hover. Äh. Treffen wäre schon nicht schlecht. So. Und tschüss. Das musst du mal an Kaschul sagen. Lass dich mal treffen, Mann. Das wäre nicht schlecht. Ja. Dann sagen sie, nein, dann sterfe ich ja noch. Und in einem Speedrun stirbt man halt viermal, ähm, mit Absicht. Also von dem her. Äh. Okay. Nicht so toll. Aber naja. So, jetzt holen wir uns hier nochmal Storage, damit wir wieder wegschwimmen können. So, das hier ist mit Abstand der Swim, den ich am meisten hasse in diesem Run. Nicht wahr, das ist der Swim, den ich am zweitmeisten hasse in diesem Run. Einfach weil er blöd ist. Äh. Er ist einfach doof. Genau deswegen. Man kann nämlich an der Insel, ähm, während man den Swim auflädt hier, ähm, gegen die Insel kommen und dann kann man halt den Swim von vorne aufladen. Und das ist ziemlich doof. Wie viel Zeit verliert man dann dadurch? Äh, je nachdem wie weit du schon aufgeladen hattest. Äh, wenn du jetzt quasi schon voll bereit bist zum, äh, los Swimmen, hast voll aufgeladen. Und dann kommt auf einmal die Insel dir in die Quere. Oder die Insel hier, wie auch immer. Einfach eine Insel, die dich nervt. Ähm. Kannst du schon mal bis zu 30, 40 Sekunden verlieren. Boah, ho, ho, ho. Das ist viel. Das ist halt eine der Inseln, wo das wirklich häufig passiert. So, und jetzt swimmen wir mit einem ziemlich präzisen Winkel in den Studel, der auf der anderen Seite der Insel hier ist. Wie kriege ich das hin? Nicht ganz, so. Damit wir in unserem Boot spawnen, der uns erstmal nützlich sein wird, zum ersten Mal in diesem Run. Bloodbound fragt, ob das nicht auch das Game locken kann, wenn man zu lange auflädt. Ähm, das ist nur in der HD-Version so. Ähm, in der HD-Version lädt man den Zimmer ein bisschen anders auf. Und, äh, da kann man tatsächlich so schnell, dass man so viel aufladen, dass das Game mit Memory-Speicher nicht mehr hinterherkommt und einfach, äh, das Spiel abschmiert. Aber das kann in der Version hier nicht passieren, beziehungsweise ist noch nie passiert, deswegen kann ich nicht sagen, ob das wirklich nicht geht. Aber, hab ich noch nie gesehen, auf jeden Fall. Ich, ich, ich schau seit vier Jahren aktiv und Waker-Speedrun und Speedrunner selber auch. Und hier sind wir jetzt von der rechten Seite an den Strudel ran, weil's dann am einfachsten ist, wie die Steinwand hier wegzupallern. Ähm, der, das ist einer der Gründe und der Hauptgrund ist, ähm, wenn du auf der anderen Seite reingehst, du drehst dich immer, egal wo du reingehst, immer im Gegenuhrzeigersinn. Und wenn du jetzt in der anderen Seite reingehst, dann musst du erst komplett einmal rum, bis du wieder auf der Seite bist. Sonst kannst du die Wand gar nicht abschießen. Und das kostet dich dann auch sehr, sehr viel Zeit. Ach, das geht gar nicht von der anderen Seite vom Strudel aus. Es geht schon, aber nur ein oder zwei Schüsse, also nicht alle drei. Ah, okay. Der, der letzte, ähm, ist dann zu weit weg. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, ich hab's nämlich auch nie ausprobiert, deswegen. Hm. Und der Yabu, der tut jetzt mal mit dem Leukenkönig ein bisschen Janisch-Palabern. Genau. Und am Schluss kommen sie beide zu dem Entschluss, dass sie ich würdig bin, die blaue Kugel abzustauben. Obwohl er noch nicht mal den ersten Dungeon gemacht hat. Genau. Im Casual-Verlauf musst du beide Dungeons, äh, zuerst machen, bevor du diese Perligrab bekommen kannst. Und, ja. Ich hol sie mir halt vor dem ersten Dungeon. Das heißt ja praktisch, dass das Spiel im Endeffekt nur die Abfrage macht, ob du das, ob du die zweite Perle hast. Und wenn du die zweite Perle hast, kannst du die dritte nehmen, oder? Du könntest dir auch zuerst die Perle hier holen. Ähm. Der, der einzige Trigger, den du haben musst für die blaue Perle ist, dass du Bomben hast. Alles andere ist, ähm, egal. Ach, das sind, das sind sogar nur die Bomben? Nur die Bomben, ja. Ach so, okay. Also theoretisch könnte man sich die hier zuerst holen, dann den zweiten Dungeon, dann den ersten oder so. Aber, ähm, einfach vom Routing her ist es schneller, wenn man zuerst, äh, sich die zweite holt. So, man sieht, ich hab nur noch ein halbes Herz. Ähm. Das ist, weil ich super schlecht in diesem Spiel bin und einfach alles mich, ähm, haut und trifft, weil ich einfach ein Anfänger bin. Ne, ähm. Ich brauch diesen Schaden für einen Zombie-Haver, der gleich kommt. Aber zuerst müssen wir hier die Insel verlassen. Da holen wir uns wieder Storage. Gehen ins Wasser und ab die Post. Laden wir uns wieder in den Swim auf. Wer kam drauf, die Dinger Deamond zu nennen? Irgendein besoffener Übersetzer, würde ich mal sagen. Ja. Ich hätte auch einfach Perle gesagt. Oder Heilige Kugel oder Heiliger Stein oder sowas, weiß ich doch nicht. Ja, irgend sowas. Aber so ein, so ein beschränkter Name, Ideamond. Sag das mal dreimal schnell hintereinander, das ist ein Zungenbrecher. Ciao, ciao, Zorgo. Ciao. So, jetzt, äh, beten wir alle mal zu den RNG-Gods, dass ich hier einen Bomb-Drop bekomme. Er ist nicht notwendig, also ich muss ihn nicht haben. Ist aber ein sehr schicker Nice-to-have. Und ich hab ihn bekommen. Sehr schön. Ein paar extra Bomben schaden nie. Siehste, eben hat die RNG dich mal richtig schön drangekriegt und jetzt sagst du so, oh, komm, hier. Das war ein Sky-Dumont-Fan, der sich verschrieben hat. Oh. Das ist der, wenn ich das richtig im Kopf hab, äh, kennst du doch bestimmt den Film-Schuh des Manitou. Äh, ja. Ach, der, der Typ. Ach so, ach so. Ja, 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 ja. Das ist Sky-Dumont. Okay. Na denn? Deswegen hab ich grad so, oh, 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 oh. So. Dann bräuchte ich jetzt nochmal kurz ein Sekündchen Serious Time. Natürlich. Denn wir kommen zum zweiten von vier Zombie-Habbern. Gut, kann's wieder. Ich brauch nur für den Anfang immer. Kurz Ruhe. Okay. Catch Master hat gemeint, hey, Crypto-GL und Serious Time ist nicht, Digga. Hey, was geht ab, Otti? Ich hab gehört, du machst SS. Vom Kontext her hört sich das an, als ob du Skyward Sword machst. Ich wollt grad sagen, ich hätt jetzt mal abgewartet, welcher Spezi da ist, als allererstes auf ne blöde Idee kommt. Ja, deswegen hab ich das nochmal anders gesagt. Ja, er meint, der macht das irgendwann. Ach so. Ich hab dich gestern bei Gymnasium im Chat gesehen, wie du ein bisschen über dich über die Motion Control aufgeregt hast. Deswegen hab ich gedacht, du machst schon Practice oder sowas. Ein Gold-Split? Okay. Interessant. Ein 3-Sekunden-Gold-Split. Uuuuuh. Time-safe! Time-safe! Er spielt's, er spielt's casual, um wieder reinzukommen, weil's mega ungewohnt ist. Okay. Das macht Sinn. Und er, er fragt, ob du vorne bist von der Zeit her. Ich liege 4 Minuten hinten, Otti. Ich hab den Cutscen-Skip verkackt. Weil der Chat wollte, dass ich YOLO mache. Ne, 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 das siehst du falsch. Du hast den Chat abstimmen lassen. Und deswegen hast du ganz demokratisch YOLO gemacht. Okay. Stimmt wohl. Wow, hab ich fast gekekt. So. Nochmal ein Sekündchen Serious-Time. Ich konnte nämlich schon der dritte Hover. Die zwei sind sehr eng zusammen. Ähm, was für viele Anfänger schmerzhaft ist. So. Der Chat ist schuld. Vielleicht ein bisschen. Ja, ist ein bisschen weit rechts. Oder auch nicht so weit rechts. Wenn man den B-Knopf nicht treffen kann, dann ist es ein schlechtes Gefühl. Ähm, das ist nochmal anderthalb Minuten. Äh, ich versuche ihn nicht, Otti, sondern ich kann ihn. Aber, äh, ich bin ein bisschen verkackt. Oder hab ein bisschen verkackt. Äh, ja, das ist der... Äh, du kannst übrigens hier da reden. Ähm, das ist der ganz... Das ist der ganz lange Hover. Der ist bestimmt eine Minute lang. Naja. Versuchst du den jetzt nochmal, oder? Ja, klar, das, äh, spart... Der Hover spart an die 6-7 Minuten. Also von dem her... Ähm... Also kannst du jeden 6-7 Mal versuchen. Genau. Also eigentlich ist es einmal versuchen, failen gleich Reset. Aber, naja. Jetzt muss ich mich erstmal hier von meinen Kollegen wieder schwächen lassen. Link steht drauf, wenn man ihm Feuer unterm Arsch macht. Ja. So, versuche ich den Hover gleich nochmal. Da kriege ich ihn jetzt ja hin. Ich habe am Anfang des Runs schon gesagt, heute ist nicht so... Ich habe ihn schon wieder gefällt. Das gibt's ja nicht. Äh, ich habe am Anfang des Runs schon gesagt, heute ist ein komischer Tag zum Run. Das habe ich schon in der Sekunde gemerkt, in dem ich, ähm, meine Konsole angemacht habe, äh, dass sich heute das Gameplay komisch anfühlt. Heute ist wohl nicht so der Tag für Runs. Schade eigentlich. Ech, oh well. Ne, der OT-Runner, der hatte ja auch keine schöne Probleme. So, für, fürs Protokoll. Ähm, meinen letzten Zombie-Hover habe ich vor einem halben Jahr gefällt. Und jetzt habe ich schon zwei gefällt. Interessant. Äh. Und Bloodborne-Man für Bad RNG-Person ist, äh, gerade perfekt geeignet. Ich? Ja. Nur ist es nicht RNG, sondern einfach nur, äh, ich treffe den B-Knopf nicht, weil ich dicke Finger habe, habe ich nicht, aber du weißt auch nicht. Vielleicht, vielleicht meint er, weil du im Vorhinein schon so hart, bad RNG hattest. Hm, weiß ich nicht genau. Lern einfach TP, ähm, irgendwann mal. Warum runnen sie nicht die HD-Version? Weil die HD-Version sehr viel Cancer hat. Von der Community bis zum Gameplay. Ohne jemanden zu callen. So, jetzt fühle ich mich wieder frei zu reden, weil du das Ding endlich mal gepackt hast. Endlich habe ich ihn hingekriegt, ja. Jetzt warten wir hier schön auf die Lava, wie sie... ...mich hochschießen soll. Ach, kein Los, ja, auch am Start. Wer sagt denn was von Linkes? Linkes ist der einzige normale in der Community. Mit Rasen zusammen. So, jetzt ziehen wir eine Bombe, bevor wir in die Tür gehen. Das spart eine Sekunde, weil man die Animation überspringt, in der Link sich nach hinten dreht, um zu gucken, dass die Tür gerade zugegangen ist. Die ganzen kleinen Details. Ah ja, der hat überlebt. So. Na ja, auf jeden Fall, das war erstmal der letzte Zombie-Hover für die nächsten zweieinhalb Stunden. Oder zwei Stunden. Jetzt haben wir Meadow-Liebefreiheit und die ist jetzt total happy mit uns. Genau, und deswegen schenkt sie uns den Greifhagen. Und ich liege sieben Minuten hinten. Aber das ist... Okay. Ich habe extra ein etwas dickeres, äh, Estimate eingereicht, weil ich genau wusste, dass... ...das passiert. Einfach weil Marathon lag, ne? Genau. Wie sollte es auch anders sein? Ja! 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 So, hier holen wir uns wieder Test-Storage. Wie eben gesagt, ähm... ...macht das die Hitbox von Link sehr viel kleiner. Und, äh, joa... Wer braucht schon den Boss-Key? Wenn man einfach durch die Tür durchtürt laufen kann. Haro fragt, was ist Ihr Estimate, Cryptech-SR? Mein Estimate ist 4,25 und meine PP ist 4,11. Also... ...vier Stunden. Nee, ich... Ich hab, äh... Ich hab gut... ...zehn Minuten, oder... ...so... ...äh... ...zehn Minuten. Viertel Stunde. Plus minus ne Viertelstunde zum Verkacken. Nur hab ich in der ersten Stunde schon sieben davon verschwendet. Und, äh... Ja, seh... Sehen wir mal, wie das kommt. Entschuldigung, aber das klingt grad so nach dem Motto. Ja, das kann nur noch mehr werden. Ja, weniger wird's bestimmt nicht. Ja, ja. Hier ist man unseren Hintern angezündet. Hast du da ein bisschen zu früh losgelassen, ja? Ja. Ist aber an sich kein Zeitverlust. Ist einfach nur... ...blöd. Vier Stunden, Catchmaster würde das auch locker in drei schaffen. Oh, 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 oh. Uh, da wollte ich nicht rauf. So, jetzt stelle ich mich hinter Goma, bevor ich, ähm, den Schwanz da oben vom Drachen greife. Das hat zur Folge, dass ich, ähm, direkt vor Goma stehe und ich muss mich nur umdrehen und kann sie sofort angreifen und muss nicht irgendwie noch warten, bis sie sich zu mir dreht oder bis ich zu ihr gelaufen bin. Da kann ich einfach ganz gemütlich schon drauf loshauen. Und Tiger, mein, weniger wird's nicht. Stell dich nicht so an. Durch golden muss man da. Ich hab immerhin schon ein Gold geholt, also hat sich schon mal... Dieser Run, auch wenn er scheiß ist, hat er sich schon mal gelohnt. Weil ich hab das Segment seit bestimmt sechs, sieben Monaten nicht mehr gegoldet. Und ich hab sogar zweimal Storage, äh, gemisst und trotzdem in Gold rausgeholt. Und da ist der erste Boss, Dot. Da ist er, Dot. Achso, der erste in der regulären Reihenfolge. Der erste in der normalen Reihenfolge, genau. So, und hier haben wir auch einen Herzcontainer, den wir nicht einsammeln. Ich wollte einfach mal erwähnen, dass da ein Herzcontainer ist. Wie viel Zeit wird das jetzt kosten, wenn du safety-safety-mäßig so einen Herzcontainer einsammeln würdest? Äh, wenn ich den hier jetzt aufsammle, 20 Sekunden, 25. Ähm, wenn ich den in Earth Temple mitneh... Also, ich nehm, ich nehm einen Herzcontainer mit, den aus dem Wind Temple, den nehm ich mit. Ähm, aber den aus dem Earth Temple, das kostet vielleicht sechs, sieben Sekunden, den mitzunehmen. Also, den könnte man mitnehmen, wenn man wirklich gerne safe gehen möchte. Aber ich, ich brauchte seit Ewigkeiten nicht mehr mehr als vier Herzen. In meinem ersten Run hab ich mit sechs Herzen gemacht. Warum kostet das so unterschiedlich viel Zeit, je nachdem, wo du den mitnimmst? Weil, wenn ich den hier jetzt mitgenommen hätte, oder den in Tower of the Gods, ähm, im Earth Temple muss ich nochmal einen Zombie-Hover machen. Und sich schwächen in diesem Spiel dauert extrem lange. Das heißt, jeder Herzcontainer, den ich vor dem Earth Temple einsammle, kostet mich ungefähr extra 20 Sekunden Zeit. Einfach weil ich diese 20 Sekunden brauche, nochmal ein Herz abzuziehen. Und alles ab und nach Earth Temple, ähm, kostet es vielleicht noch fünf Sekunden, höchstens. Ah, okay, wegen Zombie-Hover, also okay. Genau. Sollte ich wirklich SS lernen, Krip, dann musst du mich zwingen, auch TWW zu lernen. Wenn du mich zwingst, TP zu lernen, dann zwinge ich dich gerne, Wind Waker zu lernen. Kam das von Otti, also von Case Master? Ja. Okay. Ja? Also man merkt schon, die, äh, Zelda-Community, das sind alles Sadisten und Masochisten. Ja. Entschuldigung, jetzt ist gerade offensichtlich, ich mach gar nichts. Spaß nicht. Okay, jetzt, äh, jetzt ist es interessant. Page Master in Caps Lock. Lern TP, du Apfel! Hm, jetzt hat er dich unter Druck gesetzt, jetzt weißt du's. Dann muss ich gucken, ob ich mein Quest für Sub 4 in Wind Waker auf Pause setze und STP mache, oder ob ich erst Sub 4 hole. Ich hole mir wahrscheinlich erst Sub 4. Sorry, Otti. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Swim. Und dann kommt meine Pinkelpause, äh, ich meine eine Cutscene. Ja, mehr Cutscenes, wir hatten ja noch nicht genug davon. Hm, nee, nur so eine halbe Stunde oder so bis jetzt. Oder 35 Minuten. Naja, wir stehen doch alle auf Cutscenes. Na klar. Da passiert doch immer so viel. So, los geht's. RNG Gods möchten mir gerne wieder Magic geben. Also diesmal Magic, vorher war es ins Bomben. Jetzt hätte ich aber gerne ein bisschen Magic. Und ich hab volle Magic bekommen, das ist doch schon mal sehr schön. Äh. So. Ähm, ich verabschiede mich für ein bis zwei Minuten und, ja, bis gleich. Viel Spaß. Ja. Warum spammst du in allen Cutscenes A und B noch? Weil er so hofft, die Cutscen am allerschnellsten weg, äh, wegknallen zu können. Und außerdem bleiben die Finger dadurch auch warm, ja. Bloodbound. Und diese Cutscenen, die war damals einer, also für mich persönlich einer der imposantesten Cutscenes bei Wind Waker, muss ich ehrlich zugeben. So weit habe ich Wundwaker glaube ich nie gespielt, tja, Bloodbound. Und dann wird das hier ab jetzt bleiben für dich. So, da bin ich auch schon wieder. Rebel. Dankeschön. Jetzt hat mich noch irgendeiner in den Grunden-Chat hinzugefügt. Müssen wir noch gucken, was die jetzt von mir wollen. So, wenn du dann wieder da bist, dann bin ich mal gerade kurz AFK. Jo. Das war's für heute. Bomben, bitte. So, und das sind wir jetzt in meinem absoluten Hass-Dungeon in dem Spiel. Hey, das geht mir genauso. Ich hasse diesen Dungeon. Ich mag diesen Dungeon sowas schon überhaupt nicht. So, das hat mich jetzt ein paar Rubine gekostet, leider. Au, wie mad. Heißt, ich kann jetzt mir nachher keine Magic von Tingle kaufen. Kleine Notiz am Rande, das ist mir bis jetzt einmal passiert. Also, das ist jetzt das zweite Mal. RNG hat es nicht so mit mir, heute. Hätte im Bett bleiben sollen. Hättest einfach sagen sollen, du, Sylph, sorry, ich hab so einen Kribbeln im kleinen Zeh, der mir sagt, heute ist nix Gutes mit Run. Das hab ich mir halt, das war halt wirklich so. Also, ich hab die Konsole angemacht, hab ein bisschen gespielt, dachte mir so, irgendwie fühlt sich das komisch an heute. Und wie man sieht, äh, mein Gefühl hatte recht. Ähm, Sylph, ja, keine Ahnung, ob die Frage schon fiel, aber wann hattest du dein erstes Zelda in der Hand und was genau hat dich an dieser Spielreihe so gefesselt, dass du dir einen Speedrun dazu angesehen und schlussendlich dich dazu entschieden hast, es selbst zu spielen? Eine sehr coole Frage, die ich so, eine coole Frage, die ich so an sich noch nie gestellt bekommen hab. Ähm, ich habe mein erstes Zelda mit vier oder fünf Jahren gespielt, das war A Link to the Past. Ähm, durfte ich nicht spielen damals von meinen Eltern, weil es zu brutal war, aber mein großer Bruder hat es gehabt und ich hab das dann einfach immer gespielt. Ähm, und ich fand das super cool, hat echt Spaß gemacht, das Spiel. Ähm, dann hab ich irgendwann erfahren, dass es noch mehr von diesen Spielen gibt. Dann hat mein Bruder sich Link's Awakening geholt für den Gameboy. Und dann hab ich das noch gespielt. Fand ich wieder genauso geil. Ähm, obwohl A Link to the Past halt auf immer und ewig mein Lieblings Zelda-Spiel wird. Wahrscheinlich einfach, weil es mein erstes Zelda war, weiß ich nicht genau, einfach, das ist mein Lieblings Zelda-Spiel. Ähm, dann hat mein Bruder, also mein kleiner, ich hab zwei Brüder, ähm, mein kleiner Bruder hat dann zu seinem irgendwas Geburtstag eine N64 und Ocarina of Time geschenkt bekommen. Und, ähm, wie ältere Brüder das so machen, äh, mir egal, ob, ähm, das dir gehört, ich bin älter, ich spiel jetzt. Und dann hab ich halt immer Ocarina of Time gespielt mit seiner N64. Ähm, ja, ähm, und ich kann dir nicht genau sagen, was es ist, aber Zelda ist halt, keine Ahnung. Entweder du findest es geil, oder du findest es scheiße. Du kannst nicht irgendwo in der Mitte liegen, glaub ich. Ähm, ja, das hab ich auch schon öfter gehört, dass es eigentlich nicht geht, dass du jetzt so sagst, ja, ich find's Zelda ganz okay. Das gibt's eigentlich nicht. Entweder die Leute finden Zelda geil ohne Ende, also die Zelda-Reihe, oder aber so sagen, es ist der größte Scheiß der Welt. Ja, so ungefähr. Ähm, ich bin halt einer, ja, Zelda halt, Zelda ist geil. Ich hab eigentlich auch schon, nicht alle, also, beim besten Willen nicht alle, aber ich habe so ziemlich, ähm, die mainstreamsten Zeldas durchgespielt. Außer jetzt, ähm, Skyward Sword und Twilight Princess. Die hab ich beide angefangen, aber nicht fertig gemacht. Das mach ich dann. Wie hast du das jetzt gerade an der, ganz kurz, wie hast du das an der Stelle gemacht, dass du da so mit dem zur Seite springen, äh, den Raum, durch den Raum gekommen bist mit der Star Tour? Das ist, äh, ein Trick, der nennt, der hieß offiziell früher Cosmo Hop, weil Cosmo, Cosmo Ride, ähm, hat den gefunden. Ähm, wurde dann aber umbenannt zu Cripmo Hop, weil ich das Setup dazu gefunden hab, was ich gerade gemacht hab. Ähm, ist sehr präzise und deswegen, ähm... Oh, einmal zu wenig gehauen. Sehr präzise und deswegen, ähm, auch nicht sonderlich einfach, aber mit ein bisschen Übung, ähm, kriegt man das doch sehr konsistent hin. So, hier haben, hier holen wir uns jetzt den Bogen. Das ist so ein, ein Item in Zelda, was eigentlich, ist, glaube ich, so ziemlich in jedem Zelda hat man den Bogen. Ich find's immer lustig, dass die meisten denken, Zelda heißt, die Spielfigur. Äh, hab ich am Anfang, als ich mein allererstes Zelda gespielt hab, auch gedacht. Ich leider auch. Äh, bis dann auf einmal rausgekommen ist, ja, hier, du sollst Prinzessin Zelda retten. Wie ich soll Prinzessin Zelda retten? Wie ich soll mich selber retten? Genau. Du musst mich verarschen. So ging mir, so ging mir das damals halt auch. Äh, zum Speedrun gekommen bin ich auch durch Cosmo Ride, der, den ich vorher durch den, mit dem Setup erwähnt hab. Ähm, ich hab irgendwann auf Facebook mal einen Link gesehen von einem Kumpel von mir, der hat so gesagt, so, ja, hier, auf, ähm, ähm, da läuft grad so ein Marathon, die spielen da Spiele voll schnell und so, ähm, also das war AGDQ 2012, was er da gelingt hatte. Ähm, hab ich halt draufgeklickt und dann hat gerade Cosmo sein MST Run angefangen damals und dieser Speedrun von Cosmo hat mich halt so krass beeinflusst, dass ich eigentlich, ich schau seit Jahren kein Fernsehen mehr, ich schau wirklich nur noch Twitch, also, ich hab, ich bin mit Sendungen irgendwie fünf Jahre hinterher, einfach, weil ich ewig kein Fernsehen mehr geguckt hab, ich schau halt wirklich, morgens schau ich Streams, ich schau in der Mittagspause Streams, ich schau, äh, zum Einschlafen Streams, ähm, sowas wie Fernsehen gibt's bei mir eigentlich gar nicht mehr. Ähm, also Speedrunning ist wirklich ein Hobby halt jetzt, so wie andere, andere gehen fischen oder Fahrrad fahren, ich guck halt Streams, ich hab noch andere Hobbys, aber Stream ist halt eins meiner großen Hobbys, streamen. Und Streams gucken. So, hier haben wir ein bisschen die Physik ausgetrickst, ähm, in dem Spiel, in dem wir die Statue nur halb so schwer gemacht haben, äh, die, die Waage, wie wir eigentlich machen müssten. Und mit sehr präzisen Movement konnte ich einfach rüberspringen. Und im Chat ging gerade die Diskussion rund welches Zelda kein Bogen hatte und... Welches Zelda hat kein Bogen? Da wurde jetzt in den Raum reingeschmissen Spirit Tracks und Oracle of Season. Hab ich beide nicht fertig gespielt. Hab sie beide angefangen, aber nicht fertig gespielt. Muss ich ehrlich sagen, das sind beides Teile, die ich nie gespielt hab. Weil mich die, äh, die Hentai-Zeldas nie so wirklich interessiert haben. Okay. Also fragt mich nicht warum. Aber die haben mich einfach nicht interessiert. Aber vielleicht werde ich sie jetzt mittlerweile nachholen, weil ich mir ja einen Gameboy-Player gekauft hab. Ah, cool. Musste ich mir auch noch zulegen. Und, ja. Ich hatte, ich hatte mit meinem Gameboy-Player riesig Glück. Ich hab den bei eBay mit OVP, mit allem drum und dran. Mit der CD auch? Okay, ja. Ja, mit Disc hab ich, äh, für 40 Euro gekriegt. Und eigentlich kostet der Player und die Disc einzeln beides schon je 40, äh. Genau. Und das war noch mit OVP, mit Anleitung, mit allem drum und dran. Also hatte ich richtig Glück. Da hast du wirklich Glück gehabt, ja. So, ich bin jetzt hier ein bisschen kurz an Magic. Ähm. Aber, naja. Welcher Link hat die besten Kampf-Moves? Äh, Skyward Sword, finde ich. Mit Abstand. Hat die geilsten Moves drauf. So, hier mit einem Leaf-Pump. Leaf-Pump ist, ähm, man cancelt das Leaf in der Luft und drückt es nochmal neu. Noch ein Gold-Spilt. Nice. 0,01 Sekunden Gold-Spilt. Hahaha. Ähm. Aber hey, Gold-Spilt ist Gold-Spilt. Gold-Spilt ist Gold-Spilt, auf jeden Fall. Ähm. Was mach ich hier gerade? Hm. War wohl nix. Naja, egal. Ähm. Die Kampf-Moves finde ich in Skyward Sword wirklich sehr elegant. Ähm. Also, sie sehen wirklich cool aus. Ähm. Wie er da seine Salto-Geschichten und so macht. Sieht wirklich cool aus. Und sonst finde ich, ähm... Wind Waker hat auch sehr coole Moves. Twilight Princess hat auch geile Moves. Ähm. Aber ich finde Wind Waker ein bisschen cooler. Ähm. Ähm. Wenn ich die Frage jetzt runterbreche auf das schlechteste Zelda ever, für mich persönlich, wie im Tokio auch schon gesagt, äh, Skyward Sword. Liegt's an der... an der Steuerung? Ähm. Es liegt hauptsächlich... Ähm. Ich hab nur ein Let's Play dazu gesehen, weil ich hatte damals keine Wii. Ich hatte nicht das Geld dafür. Okay. Und da hab ich mir halt Let's Play angeguckt. Und ich finde, es ist... In seiner Gesamtheit ist es irgendwie kein schönes Zelda. Okay. Und auch von... auch vom Gameplay her und alles. Da bin ich halt komplett anderer Meinung. Ich finde nämlich Skyward Sword ist eins der besten Zelda-Spiele. Ähm. Und das Schlechteste... Sage ich ungerne, weil ich mich mit der Meinung immer recht ausgrenze. Ich mag halt Majors Mask überhaupt nicht. Ähm. Es ist ein cooles... Es ist ein cooles Speed Game. Aber Casual, finde ich, ist wirklich überhaupt nicht cool. Ähm. Dieses ganze Zeitlimit nimmt ein bisschen Spielspaß weg. Ähm. Und... Es geht halt nicht um Zelda. Es ist halt... Ich weiß nicht. Ich fand MM nie wirklich geil. Aber ich will es trotzdem irgendwann speedrunnen, weil es ein geiles Speed Game ist. Die Tricks sind cool und so. Ja, keine Ahnung. Vielleicht werde ich mir Skyward Sword mal kaufen und jetzt auch mal selber spielen. Vielleicht sehe ich das dann wieder ein bisschen anders. Bisschen schlechter RNG beim Boss, aber es geht eigentlich. Aber wie gesagt, was ich so in dem Let's Play gesehen habe, war... Keine Ahnung. Kein gutes Zelda in meinen Augen einfach. Ein Hand-Respawn bekommen. Äh. Auch pure RNG. Das kostet mich einfach ein extra Pfeil und so 10 Sekunden. Könnte jetzt zur Folge haben, dass ich jetzt, äh, Schnott... Äh, Schnodderpfeile bekomme. So kann man das, glaube ich, am besten auf Deutsch übersetzen. Ja, Schnodderpfeile. Hier sind sie. Wenn du keine Pfeile mehr hast, dann gibt dir der Boss Pfeile aus seiner Nase, damit du ihn halt trotzdem töten kannst. Sonst könntest du ihn halt nie fertig machen. Die heißen Snod Arrows in der... äh... innerhalb der Community. Und schon wird mir die Wahl abgenommen, ob ich dieses Spiel irgendwann spielen werde oder nicht. Häh, nice. Ich habe noch nie erlebt, ähm, dass man keine Bomben mehr hat in diesem Boss Pfeil. Das heißt, ich kann euch nicht mal sagen, ob er euch auch, äh, Schnodderpfeile geben würde, wenn ihr keine Bomben mehr habt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das macht. So, hier machen wir jetzt, ähm, Marathon-geile Strats. Die würde ich in den Run nicht machen, weil sie ein bisschen langsamer sind als normale Strats. Aber die sind einfach super cool. Dieser Strat nennt sich Ding-Dong-Strat. Oh, kannst du die? Kriegst du die hin? Das ist die Ding-Dong-Strat. Kostet wahrscheinlich so an die 5 Sekunden, wenn man sie macht, aber... Das sieht so geil aus! Aber, aber sie sieht nun mal... Sie sieht nun mal ungemein wirklich geil aus. Oh, wie cool! Aber, hey, mein Hass-Dungeon ist vorbei. Ich bin begeistert. Ja. Seh ich auch so. Ne, ich hab den... Ich hasse diesen Dungeon einfach. Der ist so bäh! Und im Speedrun ist er halt sowas von glitchfrei, ähm, dass es langweilig ist und du dann einfach weniger genau aufpasst, ähm, weil du dir halt denkst, ja, eh keine Tricks, die man abfacken kann und so, und dann fackst du halt trotzdem was ab. Wenn du... Vor und zurück. Und weil halt ne Wand hinter mir ist und vor mir, klatsch ich halt vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und das ist halt Ding-Dong-Ding-Dong. Das ist witzig. Wenn du... Wenn du alle Cutscenes aus den Zeltas nimmst, die du jemals gespielt hast, welche findest du am besten? Aus Speedrunnersicht oder aus Casual-Sicht? Aus Speedrunnersicht ist nämlich die beste Cutscene eine Tür öffnen, weil die am kürzesten ist. In Casual. In Casual... Ähm, ich fand die Cutscene ziemlich nice in Wind Waker, wo, ähm, wo's, äh, Tetra zu Zelda wird, die find ich ziemlich cool. Ähm... Die End-Cutscene, wo Ganon Hyrule versenkt, find ich auch ganz geil in Wind Waker. Ähm, ich find die Cutscene in Twilight Princess ziemlich nice. Ähm, die allerletzte mit Ganon, wo er dir sagt, ja, hier, guck mein Schwert, ich bin voll geil. Mhm. Die find ich auch ziemlich nice. Wie viel Magic hab ich? Ah, das passt. Das passt. Ähm, es gibt ein paar coole Cutscenes, find ich. Auch in Ocarina of Time. Ähm, die Cutscene, wenn Link den Wald verlässt, wo... Saria... Wie heißt sie jetzt auf Deutsch? Sahlia, Sahlia, Sahlia. Auf Deutsch mit L, okay. Auf allen anderen mit R, okay. Ähm, find ich das echt ne tolle Cutscene, wenn sie dir die Ocarina gibt. Ich find persönlich die Cutscene am coolsten, wo Ganon beim Endkampf, also wo Ganondorf sich in Ganon verwandelt, diese komplette Szene einfach. Ja, die find ich auch ganz cool. Wo er so ausbricht, er so total, ich bin in den Augen, total rage und zeigt dir seinen Triforce-Teil und dann so... Vor allem, du denkst dir schon, das Spiel ist jetzt zu Ende und dann kommt das. Du denkst dir so, yo, alles klar, hast'n besiegt und auf einmal, dünn, 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 what the fuck. Genau. So, hier machen wir wieder nen Rollclip, um, ähm, eigentlich muss man hier das Triforce zusammenschieben, dauert mir aber zu lange, also, äh, ja, mach' ich nicht. Wow, ähm. Das ist die schlechteste Master-Sort-Zeit, die ich seit über nem Jahr hatte. Witzig. Okay. Lol. Meine durchschnittliche Master-Sort-Zeit ist 1,33 und das war jetzt ne 1,40. Das übel. Aber eben, mit all dem, was passiert ist, hätt' ich auch eben, ich hätt' wahrscheinlich schon mindestens fünfmal geresettet in diesem Run, also von dem her, passt. Ja, die DKC1-Credits besiegst Karol, kommen da echt Credits, waren nur Fake-Credits, er steht wieder auf und kämpft weiter. Ja, das ist hochwitzig, auf jeden Fall. Das war super. Und deutlich hab' nichts zu trinken mehr. Besonders, wie dann da so steht Ende, Fragezeichen, und da steht auch, das ist so Hammer. Das find' ich echt cool gemacht. Das gab's so auch, glaub' ich, nicht mehr in irgendwelchen Nintendo-Games. Ich könnt mich nicht dran erinnern, ey. Was würdest du tun, wenn jemand dir einen Intro-Skip für TWW geben würde? Mehr Runs machen. Ich hab' gewusst, dass das kommt. Was soll ich dazu sagen? Das wär' Overhammer. Vier Minuten weg. Nice. Das wär' schon übel, ja. Du hast halt, du kannst halt dir mehr Resets erlauben. Einfach, du denkst, das ist eh kein Intro, ich kann direkt loslegen. Und deswegen würd' ich einfach bei jedem Scheiß resetten, wahrscheinlich. Sie könnten's eigentlich bei TWW auch so machen wie bei Super Metroid. Ja, ist aber... Aber durch das komplette Intro, äh, wird da nicht mitgezählt beim Timer. Aber es wird einfach Up-Movement, oder wie? Ja, genau. Wird ab dem Moment, wo du, äh, wo du auf C bis landest und den ersten Input aktiv machen kannst zum Spielen, zum Moomen. Ab da wird erst die Zeit gezählt. Okay. Angucken musst du dir das Intro halt trotzdem. Und das ist halt blöd. Äh, nee, musst du auch nicht. Es gibt, es gibt da irgendwie so ein manipulativer Kran, der auch erlaubt ist, dass du, dass der Spielstand, den du lädst, immer direkt von der Stelle aus startet, wo der Run auch wirklich startet. Äh, okay. Und wie gesagt, das ist auch so erlaubt. Der, äh, Rekordhalter von Anyperson, Oats & Goats, der macht das nämlich immer so. Okay. So, hier haben wir jetzt gerade wieder einen Bomb-Club gemacht. So wie, ähm, vorhin in dem Dungeon. Haben uns Out-of-Bounds gedrückt mit der Bombe. Und sind in die Loading-Zone gelieft. Das spart. Je nach, je nachdem wie gut man ist in den Fights und so vier bis fünf Minuten. Mal gerade gucken, ob deiner Antwort sich mit der Deck, die ich eben gegeben habe. Und zwar während du AFK warst, auf dem Klo, äh, hat jemand gefragt, warum du in den Cutscens ständig, äh, A und B matchst. Um den Text wegzudrücken. Also praktisch, um den richtigen Frame zu erwischen, damit du den Text so schnell möglich weggedrückt kriegst, ne? Genau. Einfach, ähm, es funktioniert ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es in MM ist, aber in OT ist das ja so, der Text läuft, soweit ich weiß, immer gleich schnell. Und du musst einfach, ähm, den letzten Frame wegdrücken, damit du halt, ähm, die Textbox wegdrückst. Also an sich müsstest du eigentlich nicht mashen, sondern nur timen. Und in Wind Waker ist auch, je schneller du den Text drückst, desto schneller scrollt er auch über den Screen. Deswegen solltest du da schon versuchen, so schnell wie möglich A und B zu drücken. Yes, ich hab die goldene richtige Antwort gegeben. Yes! Nice. Ich bin doch nicht so, äh, so ein Noob, wie jeder gedacht hat. Ah, in your face! Nice. So, hier holen wir uns jetzt das Leak, damit wir uns ein bisschen rumparten können. Genau. Muss man, äh, muss man sich eigentlich nur für voranzuschreiten im Spiel? Muss man den da auch abschießen? Ähm, Casual, casual musst du dir den Song holen, ja. Äh, der Tass holt sich den Song nicht, weil er sich mit einem Glitch, ähm, braucht er halt nicht. Den Casual brauchst du diesen Song aber, um dir die Fire- und Eis-Pfeile zu holen. Ja, das weiß ich nicht. Ich mein jetzt, ob du den Song rein theoretisch brauchen würdest. Äh, rein theoretisch nicht, aber es ist schneller, wenn man ihn sich holt. Okay, alles klar. Äh, in Low-Persents gibt man diesen Tag, äh, skippt man den auch. So, jetzt kommen wir wieder zu einem ziemlich schweren Super-Swim. Muss man bei dem Spiel eigentlich auch aufpassen mit Lags? Oder ist das hier nicht so ein Problem? Es gibt hier ein paar Stellen, an denen es laggt, aber an sich, äh, kann man den Lag halt nicht vermeiden. Deswegen, ähm... Ah, okay. Ist es an sich nicht so schlimm? Da muss ich kurz warten. Das blöde Wasser. Beim Super-Swim ist es wichtig, ähm, immer zu warten, ins Wasser zu hüpfen, wenn es an der tiefsten Position ist. Damit man so weit wie möglich weg von der Insel kann. Deswegen seht ihr mich hier ab und zu warten, bis das Wasser zurückgedrängt ist. Okay. Das war ein schlechter Frame. Rückzug. Hätte wahrscheinlich geklappt, aber, ähm, ich hab keine Lust hier nochmal zwei Minuten zu verlieren. Ja, weil du hast halt gerade gesagt, äh, ziemlich schwerer Super-Swim. Und deswegen hab ich, äh... Nee, ich werd wahrscheinlich hier und da noch sagen, jetzt kommt ein schwerer Swim, aber für Swim brauche ich in der Regel keine Serious Time. Ah, okay. Swim ist... Ich hab halt gedacht, weil du gedacht hast, das wäre super schwer. Nee, ich brauche eigentlich nur für Zombie-Hoveren und für Audio-Cues, äh... Eigentlich brauche ich gar keine Serious Time, aber es gibt halt ein paar, äh, Tricks, wo ich auf Audio achte. Und deswegen, ähm, sag ich einfach, ja, äh, Serious Time. Ah, okay. Wenn du die Wahl hättest, während des Streamens ein beliebiges Kostüm aus der Zelda-Reihe zu tragen, welches wäre das? Äh, coole Frage. Ähm... Keine Ahnung. Hm. Snodboy. Der Typ mit der Schnodderblase von Outze... äh, von Präludien. Ah, von Präludien, ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich nenn ihn einfach immer Snodboy. Ich weiß auch nicht aus dem Kopf. Und Lila Enten meint, welches Schwert hättest du gerne in RL von Zelda? Das Master-Schwert aus Wind Waker. Oder das... Ich weiß nicht, wie das heißt in Skyward Sword. Einfach das Schwert, was man da hat. Ich glaube, das ist nicht das Master-Schwert. Das heißt irgendwie anders. Das heißt, das hat einen ganz komischen Namen. Das war ja auch noch... Einfach das fände ich noch cool. Das... Dass du das so mit... Äh... Dass du das... Wie heißt das? Skyward Strike? Dass du das so aufladen kannst und dann so eine Welle schießen kannst. Das finde ich cool. Wie gesagt, ich weiß den Namen nicht von dem Schwert. Ja. Till. Okay. Ich weiß, dass das so in Unwrecker nicht heißt. Ich wusste mal, wie er heißt, aber... Ich weiß es leider nicht mehr. Und das erste Schwert, was man da hat, das heißt Skyward Sword. Okay. Ähm... Und es wird später zum Master Sword. Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Hier habe ich erst mal... Ein bisschen was vom Boot kassiert. Mir gefällt das nicht, dass das schon so spät ist in-game. Ähm... Werden wir sehen, was da noch passiert. Ob ich nicht schon zu spät bin. Ich muss nämlich hier auf meinen Tag- und Nacht-Rhythmus achten, dass ich nicht, ähm, zu spät bin irgendwo nachher. Das Duplex fände ich nice, aber das ist mir zu teuer. Kostet bei unserem Waffenladen gerade 835 Euro. Wer hätte gerne eine funktionierende Ocarina? Ja, ähm... Ich hatte mal eine. Ich wollte gerade sagen, die gibt es ja ganz normal zu kaufen, aber... Oder vielleicht meint... Vielleicht meint... Ähm, meint er dann mit Funktionieren, dass Du Dich damit teleportieren kannst, so wie in Ocarina of Time. Achso! Das wäre natürlich... Das wäre natürlich cool. Das wäre sehr geil, jo. Da würde ich dann auch gerne eine davon haben. Wo gucke ich denn hin? Dann stellen wir uns alle den ganzen Tag hin und machen... Warum auch nicht? Kennst du das Video? Äh... Nice. 360. Du hast die, du hast die. Eigentlich muss ich nur hier auf die Plattform, aber ich hatte so viel Speed, dass ich die Plattform nicht getroffen habe. Ich musste einen Notplan ausdenken und habe einfach mal eine Ehrenrunde um die Insel gemacht. Nice. Loll. Kennst du das Fun-Video, wo sie da stehen und dann so machen... Kennst du dich? Nee. Das ist so cool, dieses Video. Das Problem ist nur, wenn du das Video ein einziges Mal gesehen hast und du hörst das Lied aus den verlorenen Wäldern, dann denkst du dir, dann hast du immer dieses im Kopf und dieses Video dazu. Okay. Das ist das einzige Problem an der Sache. So, ich nehme hier auf jeden Fall schon mal Schaden für einen Trick, den ich gleich mache. Nämlich ein... Äh... Wie heißt der jetzt offiziell? Offiziell heißt der, glaube ich, ähm... Damage Clip. Ähm... Der funktioniert nämlich nur, wenn man auf Critical Health ist, weil Links Hitbox dann anders ist. Deswegen muss ich hier Damage nehmen. So... Phantom Ganon abserviert. So... Phantom Ganon abserviert. So... Jetzt machen wir... Das Licht aus. Ähm... Joa... Wenn ich's denn hinkriegen würde, machen wir das Licht aus. Strom Sparmodus. Was? Bei wem? Ja, bei mir jetzt. Ach so, okay. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Oh, okay. Ich würde überbewertet. Genau. Wir haben ja eine Mini-Map, mit der wir uns orientieren können. So... Hast du da gerade wieder gesplittet? Ja. So, was hier passiert ist, äh... Wie... Äh... Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. So, jetzt geht's wieder. Ähm... Ich habe wieder mit Storage eine Kiste aufgemacht. Das verändert meine Hitbox. Und mit dieser Hitbox kann ich die Wände hochlaufen. Und auch durch einige Wände durchlaufen. Wie vorhin schon mal erklärt. Ähm... Und was ich eigentlich mache ist, ich laufe nach ganz oben, da wo die Tür ist, zum Dungeon, und laufe quasi hinter die Tür in die Loading Zone rein. Das Ganze während es dunkel ist. Deswegen benutze ich meine Mini-Map, um mich zu orientieren. Wie die zwei da links und rechts von Tetra stehen, ne? Voll so... Als ob sie gerade ein Fass tragen würden, oder so. Obwohl sie gar nichts in den Enden haben. Ja. Um das fäppende Schwert. Okay. Ich glaube, keiner weiß genau, warum es das macht. Aber in dieser Cutscene wackelt das Schwert halt immer ein bisschen rum. Und das nennen wir halt liebevoll das fäppende Schwert. Ja, sehr liebevoll. Was das Spiel hier ja auch so an sich hat, ist, dass du so oft meinst, ja okay, jetzt geht's ab da hoch und dann, bam! Jetzt denkst du dir ja auch, wenn du das erstmal Casual spielst, okay, jetzt geht's ab da hoch und dann, bam! Dann ist Feierabend. Und dann musst du aber noch drei Tempel machen. Yep! Also, zwei Tempel und halt Ganon. Ganons Tower. Aber ja, äh, bist halt noch lange nicht fertig. In nem Speedrun ist der Dungeon hier so der Halbzeitpunkt. Ungefähr. Ist ein bisschen weniger als die Hälfte, aber man nennt das hier immer die Hälfte vom Run. Gibt's für dich eigentlich so ne Hassstelle in dem Run? Äh, eine davon haben wir schon gemacht. Das ist dieser eine Superswim. Ähm, vor ner Stunde. Äh, hab ich glaub ich auch gesagt, dass das mein zweit Hassswim ist. Der nächste Swim kommt in ungefähr einer Stunde. Bisschen mehr als ne Stunde. Ähm, sonst eigentlich nicht viel. Turm der Götter mag ich halt nicht, aber wirklich hassen tue ich ihn eigentlich nicht, den Dungeon. Ähm, ich find ihn einfach doof. Also jetzt, außer die, äh, außer die Swims, wo du jetzt aufgezählt hast, gibt's jetzt keinen Trick, wo du so hast. Absoluter Abfuck. Ja, Cutscene Skip, aber der ist an sich nicht schwer, sondern einfach nur, ähm, bisschen Gewöhnungssache. Und ich bin's halt, oh, what? Und ich bin's halt nicht so gewohnt, ähm, den Cutscene Skip in the Runs zu machen. Ähm, ich mach den halt noch nicht, ich mach den halt noch nicht so lange in Runs, deswegen fail ich den hier und da noch. Das hat jetzt gerade nicht geplant ausgesehen. Das war auch nicht geplant. Und da kommen auch schon die RIP-Emotes raus. Ich will so wieder Schaden nehmen. Damit kann ich auch dienen. Ich find's ja auch so geil, wenn du keinen Mana mehr hast, dann hat das Deku-Blatt einfach mal geile Blätter mehr. Das ist... doof. Aber die Idee dahinter ist schon cool, ja. Auch schon ewig nicht mehr gefällt den Trick. Marathon-Luck. Du, Carlos, meint, also der Tass-Run war um einiges professioneller. Das kann gut sein. Jey, nochmal ne Cutscene. Jey, und sie geht nur neun Minuten. Also, wenn einer von euch Hunger hat oder Durst, ähm, ihr habt jetzt neun Minuten Zeit, paar Erledigungen zu machen. Und, falls ihr euch fragt, was da an der Cutscene passiert, ist einfach so, dass Link, äh, sich halt Gannon dann gegenüberstellt und Gannon sagt dann so, haha, du meinst, du könntest mir was tun. Ja, das Master-Schwert hat aber seine Macht verloren, das Böse zu bannen. Also, kannst du mir schon mal gar nix. Und, ja, wir versuchen's halt trotzdem und kriegen voll auf die Fresse. Nice, Ricky. Lul. Und, hi auf dich, Bug. Ja, also der Run hier läuft, ähm, 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 anders als geplant. Nicht so ganz gut, ne? Sagen wir, ich bin zehn Minuten hinten. Aber, ja, äh, ich hab halt, wie gesagt, das ist so ziemlich der schlechteste Run, den ich seit über einem Jahr hatte. Also, Marathon-Luck. Typisch für Germansch. Ich hab immer schlechte Runs bei Germansch. Einmal hab ich bei Germansch PB'd, aber, ähm, das war nur, weil ich den Run irgendwie ab einer Stunde geresettet hab und dann war der zweite Versuch dann PB. Also, willst du uns jetzt einfach damit sagen, Germansch hat schlechtes Karma? So ziemlich. Ach, ich hör mir schon was zu trinken. Jo. Was ist Majors Mask? Ich hab gehört, das ist ein Zelda-Spiel. Aber, wie gesagt, hab ich nur gehört. Bin mir da nicht ganz sicher. Nur fürs Protokoll, ich hab grad keine Ahnung, was man beim Cripteck gehört hat. Und ich war's nicht. Ach so, ähm, on-stream haben die das nicht gehört. Ich hab nämlich das abgemacht und dann erst, ähm... Ach so! Und dann hab ich, und dann hab ich erst, äh, den Stream wieder angemacht. Also, den, das mitbefohlen. Okay, dann hab ich nix gesagt. Ähm, das Geräusch, was du gehört hast, war von meiner Limo. Ähm, die Limo hat noch so ne, so ne Plastik, äh, Folie oben auf der Dose drauf. Und die hab ich einfach abgezogen. Das hört sich so an. Okay, das hört sich an wie, ja... Nein, das sag ich jetzt nicht. ZELDA ist dir, ist das dieser Typ, der in nem orangenen Raumschiff Piraten jagt? Ja, ich glaub, ich hab da was gehört. Wie fuck, so in der Art war das. Ist die Aufregung, neben dem einzig wahren Teil, da würde, glaub jeder Runner nervös werden. Hahahaha, bestimmt, Okarios, bestimmt. Hm... Ich war... als ich das erste Mal bei Germant gerannt hab, da war ich eigentlich ein bisschen nervös. Und jetzt eigentlich... nicht. Weil... Keine Ahnung... ...wüsste nicht warum. Ich wüsste auch nicht, warum man hier nervös sein sollte. Weil die Leute sind eigentlich alle noch ziemlich human hier bei unserer Community, kann man eigentlich sagen. Nicht das, was ich will... Wow... Kein... Was willst du denn? Oh mein Gott. Ich hab nicht einen Magic Drop gekriegt. Oh! RNG lässt grüßen. Habe ich noch... Habe ich noch nie gehabt, dass ich keinen Magic Drop hatte. Murphy sagt zu dir... Hahahaha... So, hier nochmal eine 5 Minuten Cutscene. Äh... Falls ihr vergessen habt, euch Snacks zu holen, zu eurem Getränk eben. Könnt ihr jetzt nochmal los und euch Snacks holen. Für bessere Tage und mehr Resets. Dafür bin ich bekannt. Ja, und für die Leute, die äh... Die das Spiel wirklich auch casual spielen wollen. Jetzt wäre der späteste Zeitpunkt für mal... Keine Ahnung... 5 Minuten oder so AFK zu gehen. Ja. Weil jetzt kommt nämlich der dicke, fette... Doppelte... Plot-Twist. Dass der rote Leugenkönig nämlich der... König von Hyrule ist und... Und zum Vornamen Daphne heißt. Ja, genau. Und mit Tetra hat's auch was besonderes auf sich, was man gleich sehen wird. Genau. Lieber 10 Stunden Pink Fluffy Unicorn oder MM. Aaaaaaah... Naja, Run finde ich noch cool. MM will ich nämlich irgendwann mal runnen. Ich hab nur gesagt, dass das Casual ein Kackspiel ist. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Das ist ein gutes Lied. Don't judge me. Das tolle ist... Ich hab null Ahnung, von was ihr redet. Ich hab's gewonnen ! Tetra ist Zelda! Oh mein Gott... NOOOOOO Don't say hat da nicht gesagt Also die Story von Wind Waker ist auf jeden Fall sehr interessant Mhm, finde ich auch Wenn du denkst du hast alles gesehen, kommt einfach ein Plot Twist Ja Wie ich eben schon sagte, wenn du das das allererste Mal Casual spielst, dann denkst du dir so Joa ist klar, wir beenden das Ganze jetzt mal und da kommt doch noch was Klopper Man sollte nie das Wort MLP mit Klopper verbinden Oh, das ist eine andere Geschichte Ich weiß, Ricky Nur hat Wind Waker davon viel zu viele Wind Waker hat davon mehr wie die meisten Zelda-Spiele zusammen Und ich finde sie in Skyward Sword auch echt hübsch Und in Wind Waker am zweitbesten Und in Wind Waker am zweitbesten Finde ich schön, dass meine Freunde hier sind und mich schön abmemen Findest du gut, dass deine Freunde dich unterstützen, gell? So, jetzt muss ich erstmal hoffen, dass mir das Spiel jetzt Magic gibt Hat es nämlich eben nicht gegeben Nicht einen einzigen Magic Drop Schon wieder nicht What? Da ist ein Magic Drop Keine Magic, keine Magic Da ist ein Magic Drop Da ist ein Magic Drop Da ist ein Magic Drop Da ist ein Magic Da ist ein Magic Muss reichen Ist nicht viel, aber naja Ist nicht viel, aber naja Ich finde den TP Midnar nachher in ihrer wahren Gestalt sieht so hammer aus Also wenn sie sich da praktisch in die Prinzessin verwandelt, der Dark World Die sieht so hammer aus, die Frau, ehrlich Sitzt nicht deine Freundin neben dir? Äh, die findet auch, dass die geil aussieht, also von daher So, okay Außerdem, selbst wenn nicht, ich habe mehr Wurf geschossen als sie Okay Äh, Lucian, mal ne Frage Ich kenne mich in Speedruns und so nicht aus Kann eigentlich jedes Game gespeedrunt werden? Ja, jedes Punkt Prinzipiell ja Jedes Game, Punkt Du könntest Minecraft speedrunnen Es gibt sogar sehr viele Leute, die Minecraft speedrunnen Also, du kannst alles speedrunnen Im Zweifel zwei einfach auf speedruns.com gehen Und dann irgendein Spiel, wo du dir so denkst Hm, gibt's dafür einen Speedrun eingeben Und du wirst unter Garantie, würdest du, wirst du dieses Spiel finden Genau Außer du bist jetzt ein Spiel, was nicht Irgend so ein Fanmade Spiel oder irgendwas, was nicht super krass Groß geworden ist Wahrscheinlich findest du trotzdem eins für welche, die nicht zu bekannt sind Aber Fanmade-Spiele sind, ähm Wahrscheinlich nicht unbedingt dabei Also, du findest zu jedem Zelda-Spiel Speedruns Du findest zu jedem Pokémon-Spiel Speedruns Zu Donkey Kong-Spielen, zu Dragonball, GTA, findest du alles Call of Duty, Battlefield, was auch immer Alles, alles mit dabei Also, als ich angefangen hab, mit Speedruns mich aktiv zu beschäftigen Mir ist bald der Kopf geplatzt, als ich gesehen hab, zu was es alles Speedruns gibt Weil das ist ne wahre Pracht, das ist einfach ne Wahnsinn Penguin Club Band% Bin ja auch mal dafür, dass Taitai Zelda Triforce Duo spielt Besten Blind, was ist denn das? Sagt mir jetzt auch grad nix, um ehrlich zu sein Von dem Zelda hab ich noch nie was gehört, um das über Dyson So, jetzt kommen wir auch schon zu einem der schwersten Tricks im Run Ähm Dieser Trick beinhaltet einen Hang Clip Bedeutet ein, ähm Es ist wie ein Roll, es ist einfach ein Roll Clip Ähm, einfach mit einem Zwei Frame oder Drei Frame Leaf Pull dabei Ähm Und dann hast du noch einen Frame Perfect Roll Clip dabei Also ein sehr Cooler Trrrrrrrrick Trrrrrrrick Äh Und wir haben hier Beedle, unseren guten Freund Wow Der seine Runden um die Insel dreht Und ich dachte, hey, ich sag mal hallo Das wär ein Fangame und es wär ziemlich gut Aha, okay So, kommen wir jetzt zu dem Trick Also, wir gehen hier in die Ecke Machen ein ziemlich präzises Alignment mit C-Up Machen jetzt Side-Up Ziehen das Leaf auf einem bestimmten Frame Und machen ein Roll-Clip Das ist kein Roll-Clip Roll-Clip ist Frame-Perfect Okay, Second-Try ist auf jeden Fall okay Meiner PB habe ich, glaube ich, vier Versuche gebraucht dafür Also... Gold-Split incoming Nee, ich habe hier einen ziemlich solid Gold-Split Also, so einfach wird das nicht Hätte ja klappen können Ja Aber auf jeden Fall, ähm Nicht schlecht Welches ist der bestaussehendste Link? Puh, müsste ich überlegen Wind Waker und Scarlet Sword, würde ich sagen Ich finde denen TP richtig gut, ehrlich gesagt Mir gefällt TP vom Grafikstil allgemein nicht supergeil Ja, gut, okay, das ist natürlich blöd Criptek, bist du der Meinung, dass es noch unentdeckte Glitches gibt in TWW? Wahrscheinlich Ähm Ich kann jetzt nicht sagen, in welche Richtung die gehen Weil im Moment ist nicht so viel mit Glitch-Hunting in Wind Waker Ähm, ich finde hier und da ein paar Setups für schon existierende Tricks Aber neue Tricks Der neueste Trick ist, glaube ich, der Cutscene-Skip Und der ist schon fast ein Jahr alt Ähm Ja, mal sehen, ob da noch was kommt Wäre auf jeden Fall cool Die Frage nach unentdeckten Glitches ist irgendwie gleichzusetzen mit der Frage, ob es unentdeckte Primzahlen gibt So kann man das natürlich auch sehen, Thief Buck Oder soll ich dich lieber Diebeskäfer nennen? Dann möchtest du hier lieber so genannt werden Ich glaube, damit würdest du ihn einfach verscheuchen Das ist kein Shit, ich war's nicht Ich wette, da hat er erstmal gekorzt drauf Ich weiß es nicht Könnte ich mir vorstellen Thief Buck, ich möchte es dir ja hier angenehm machen, deswegen frage ich dich da, wie ich dich nennen soll Wäre ja nicht so, als ob ich es mir mit dir verscherzen wollen würde, weil ich würde ja gerne noch bei dir was nebenkommentieren Ich muss die anleuchtung Was bist du da jetzt die ganze Zeit für Kisten am Einsammeln? Und die italienische wäre dann wahrscheinlich so an die 5 Minuten schneller, weil italienischer Text ist schneller als deutscher Text. Okay. Yeah, Feenbrunnen! Ich finde ja die Feen hier in Windwager so strange. Aber besser als die in Ocarina of Time. Warum? Die in Ocarina of Time sind doch super! Nee, ich finde die gruselig. Nee, ich nicht. Wir haben die immer gefallen. Ich fand die immer gruselig. Aber wurde auf dem HDDQ nicht auf Italienisch gespielt, also ww? Ja, wurde... doch. Auf HDDQ? Aber das war HD wahrscheinlich, die HD-Version. Ja, ja, das war die HD-Version. In HD spielt man auf Italienisch, ja. Weil die japanische Version in der HD-Version sehr langsam ist. Weil der Text... ähm... Sie haben den Text bei allen Spielen schneller gemacht, außer bei der japanischen. Und deswegen ist der japanische am langsamsten. Darauf werde ich jetzt nicht antworten, Murph. Weil es ist noch zu früh, es tut mir leid. Da kann ich auf sowas noch nicht antworten. Wie zu früh. Noch nicht 10 Uhr, oder was? Richtig. Ah, okay. Es ist erst 21, 27, da kann ich auf sowas noch keine Antwort geben. Da muss ich auch einige Sachen zurücknehmen, die ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Mal ein böses Wort gesagt. Du kannst das ja machen, du bist der Runner. Ich bin... ich bin Nebenkommentator. Wenn ich das mache, dann halt ich mal gleich... Ah, 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 ah! Deitei hat geworben, ah! Weißt du? Okay. Frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Äh, schlecht. Naja. So, hier haben wir wieder ein Baumclub genutzt, um uns von der Insel zu verabschieden. Guten Hunger, Beckel. Joa, wünsch ich auch. Äh. 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 Diesen Swim hier mache ich mit ISS, weil der Speed random ist. Auf der Insel, auf der Mother and Child Insel, ähm, sind die Wellen unberechenbar und die könnt ihr Speed klauen. Deswegen ist das einer der Swims, die ich mit ISS mache. ISS Swim heißt, ich halte den Controller in einem sehr schwachen Winkel nach unten. Und, äh, dann behalte ich ein bisschen länger meinen Speed, den ich hab beim Swim. Was denkt ihr? Welches Zelda hat die beste Story beziehungsweise Setting? Ähm. Ähm. Ich mag die Wind Waker Story. Ja gut, da, äh, OOT mein Lieblingszelter ist, ne? Oh, T-Story finde ich auch ganz cool. Oh, T-Story finde ich auch ganz cool. So, da der geldgeile Sack Tingle nachher sehr viele Rubine von mir möchte, hole ich mir jetzt erstmal, ähm, ein Upgrade, dass ich mehr Rubine tragen kann. Vielleicht kriegen wir den Hole in One, da, weil's ein Marathon ist, das find ich cool. Äh. Hätte vielleicht geklappt, aber mein Speed wurde gekillt. Schade. Ja. Marktmonopol von Tingle, ja, Tingle ist darin... Interessant. WM. WM. Das ist in der Welt von WM. Keine Zoras mehr Leben, die Welt ist voller Wasser. Ehh. Er wollte bestimmt W W schreiben. Das könnte sein. Ehh, gutes Wasser. Naja, es heißt immerhin T-W-W, aber... Egal! Ja, ich weiß auch nicht. Die einen, die gehen hin und kürzen das W-W ab und die anderen T-W-W. Korrekt ist es T-W-W, weil das Spiel heißt The Wind Waker. Und W-W wird in Spielern kreisend für Wrong Warp abgekürzt. Deswegen triggert mich das eher, wenn Leute W-W sagen anstatt T-W-W, aber es sei verziehen, glaube ich. Aber sind aus den Zoras nicht diese Geflügelfiecher geworden in T-W-W? Ja, da gibt's ne Theorie, soweit wie ich weiß, aber das wurde nie richtig belegt. Genau, da gibt's so einige Theorien dazu. So, wieder Chest Storage, Hitbox verändern. Und wir laufen ein bisschen, wo man nicht laufen sollte. Wie man einfach die Hitbox total kaputt machen kann in dem Spiel, das gibt's gar nicht, ey. Genau. Das einzige, wo ich's noch krasser finde, ist bei Paper Mario in The Thousand Year Door. Das weiß ich leider nicht. Ähm, da guck ich mir nicht so wirklich Speedruns von an. Du machst einfach die Hitbox, also normalerweise hat Mario da ne Hitbox von, äh, über 20. Okay. Und für einen bestimmten Trick zu machen, äh, verringerst du Mario's Hitbox einfach mal runter auf unter 4. Äh, okay. Und das ist so krass. Ich gönne mir noch mal kurz ein Päuschen, ich komm gleich wieder. Jo, viel Spaß. Im Neuen gibt's Zoras und Koron. Gibt's sonst noch, äh, neue Völker? Das weiß ich nicht. Jammo. Ich hab mich da noch nicht so viel mit beschäftigt. Ich bin, ja, ich hab mir halt ein bisschen was angesehen für mir, äh, für mir eine Meinung zu bilden, ob ich's kaufe oder nicht. Aber ich bin jetzt nicht extrem informiert, was das Spiel angeht. Gibt es auch Gamer, die sich Urlaub genommen haben, um Zelda durchzuzocken? Wenn du jetzt alle Zelda-Spiele insgesamt meinst, habe ich mir für einen Zelda sogar mal Urlaub geholt. Und zwar für... Twilight Princess meinig war das. Wo ich mir knallhart Urlaub geholt hab. Fürs durchzuspielen, weil ich so stark überzeugt von dem Game war. Und... Ja, ich find auch nicht, dass ich enttäuscht worden bin. Ich find, TP ist ein richtig gutes Zelda. In meinen Augen. Da bin ich wieder. Webel. Webel. Dann mal gleich an dich die Frage weiter gesendet. Hast du dir schon mal für einen Zelda Urlaub genommen, uns durchzuzocken? Nein. Hab ich für, ähm, Pokémon mal gemacht. Aber für Zelda noch nicht. Was ich ja so zum Kotzen empfinde ist, äh, ich hab ja nächste Woche hab ich ja Frühschicht. Mhm. Und die Woche drauf hab ich Spätschicht. Super. Das ist so beschissen, ey. Kannst du dich nie wirklich an irgendwas, äh, gewöhnen? Musst du immer, immer wechseln. Das, das Problem, das Problem ist eigentlich hauptsächlich, äh, ich kann mich nicht voll auf das Spiel konzentrieren. Weißt du, wie ich bin? Ja. Und, das noch blödere ist, ich kann am Wochenende nicht zocken, weil meine Freundin will das Spiel ja auch noch blind zocken. Dann soll sie verreißen, damit du das Spiel kannst. Ich hab, äh, bei meinem letzten Commentary hab ich schon gesagt, ich schmeiß sie für eine Woche raus, soll sie für eine Woche zu ihren Eltern nach, äh, nach Österreich zurück und in der Zeit power ich dann durch. Ja, kann man machen. Spielst du eigentlich, äh, Breath of the Wild auch direkt zum Release? Ja. Ich melde dich einfach als krank, Rose, es ist mir scheißegal. Hab gehört, Tai Tai schenkt seiner Freundin spontan einen Wellness-Vorlaub mit allem drum und dran. Der ist gut, Docarius, der ist gut. Hahahaha. Hm. Confused. Das, man sieht so ein wenig, dass du ein bisschen confused bist, ja. Oh, falscher Knopf. Lul. Lol, er hat Lul gesagt. Lul. Sag ich immer. Vololo. Ah, meine Gang ist, glaub ich, nicht am Start. Meine Vololo-Gang. Schade. Deine Vololo-Gang? Außer du siehst jetzt ganz viele 30 oder Vololos im Chat, ähm, dann wäre meine Gang hier, aber ist sie glaub ich nicht. Meine Vololo-Gang. Okay, und was ist das genau? Das ist so ein, das ist so ein Insider. Okay. Den kennen nicht viele, den Insider. Also drei 30er haben wir hier schon. Und einen Volololo. Ich frag mich, ich frag mich, wie viele von denen, äh, wirklich aus der Gang sind. Wahrscheinlich nur einer oder so. Und die anderen ziehen mit. Keine Ahnung. Genau. Autsch. Nein, nicht umdrehen. Ja, die Kraftarmbänder. Oder? Waren doch Kraftarmbänder. Ja. Genau. Okay. Weil ich muss ehrlich sagen, ab hier flaut meine Erinnerung so ein bisschen ab, was Wind Waker angeht. Okay. Das Ding ist, ich hab das Spiel, glaub ich, das letzte Mal vor ein paar Jahren durchgespielt, weißt du? Fünf Dollar. Ist auch so ein kleiner Insider. So, gleich kommt auch schon der nächste Dungeon, oder der nächste Tempel besser gesagt. Ab jetzt sind's ja Tempel und keine Dungeon mehr. Und in dem läuft alles ein bisschen anders als, äh, in einem Casual, ähm, Playthrough. Oh ja, da kann ich mich dran erinnern. Hehehehe. Das ist sehr witzig, was da für Tricks hochgefahren wären. Ja. 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 hast keine Schuld ich glaube ich muss ich weiß gar nicht wie oft ich die gemacht habe ich die gepackt hatte Prozent im Rahmen ist sie ein bisschen anders als im Kärschel das wirst du denn gleich ich hab die so gehasst weil alle Gamer mögen Eis für sich einfach aus diesem Grund im RL würdest den Wirbeln-Port nicht cool finden naja wenn ich mich so cool am Boot einfach festhalten könnte wie Link dann schon so hier schnell die Mechanik von der Rolle ausgenutzt während der Rolle kann Link nicht bewegt werden wenn man die Rolle richtig timet dann kann man einfach durch den Wind durchrollen und muss nicht dieses komische Zeug machen was da ist okay Joe scheint den Chat nicht zu lesen warum soll der den Chat lesen da hast du doch nur 29 geschrieben Flora neunundzwanzig äh warte was war neunundzwanzig schon wieder mhm fang endlich an ne es war glaube ich einundzwanzig ich weiß nicht mehr was neunundzwanzig war sorry ich ewig nicht mehr älter wenn wir bald gespielt deswegen ich konnte gerade mit neunundzwanzig nix anfangen deswegen habe ich so gedacht und soll ich das vorlesen ah Rogan war das glaube ich ich glaube Rogan Rogan ich glaube das war 29 also Flora meint auch es wäre Rogan ok Rogan yay mehr Superswims hm ja in der zweiten Hälfte sind sehr viel mehr Superswims als in der ersten Hättest du vielleicht Lust den Superswim noch mal zu erklären weil Nösi LP hat gerade geschrieben wieso flackert das so merkwürdig ok ähm was da passiert ist ich drehe mich 30 mal pro Sekunde im Kreis also 30 mal pro Sekunde um 180 Grad ähm jedes Mal wenn Link im Wasser sich um 180 Grad dreht dann wird dein Speed auf minus 3 gesetzt damit wenn du im Wasser bist dich instant ähm umdrehen kannst das wurde einfach vom Spiel so programmiert und wenn ich mich jetzt 30 mal in der Sekunde umdrehe bekomme ich ähm 30 mal minus 3 Speed heißt ich hab dann minus 90 Speed das lade ich dann auf für eine gewisse Zeit bis ich genug Speed gesammelt hab und dann schwimme ich mit sehr viel Speed rückwärts über den Ozean und deswegen rückwärts weil es halt negativ Speed ist Gibt's eigentlich ne Abkürzung für Super Swim? mhm SS bisschen verwirrend manchmal weil SS auch die Abkürzung für Skyward Sword ist und für was anderes ja wollte ich auch grad sagen so hhhhhh aber ja in der Windraker Community ist es einfach SS für Super Swim oder einfach Swim kann man auch einfach nur Swim das machen auch viele ich zum Beispiel ich sag nicht oft SS ich sag meistens einfach Swim den Tempel fand ich Casual ehrlich gesagt ziemlich gut gemacht der ist sehr tricky Casual das stimmt und im Speedrun hast du hier sehr viele schwere Tricks ähm ist auch einer meiner Lieblingstempel eigentlich würd sogar sagen dass das mein zweitlieblingstempel ist wenn nicht sogar mein Lieblingstempel auch weil er so viele coole Tricks hat wie drehe ich mich 30 mal in der Sekunde im Kreis? ähm ich mach einen Glitch der sich Camera Lock nennt ähm mit dem muss ich nur nach oben halten und dann dreht sich Link ähm 30 mal in der Sekunde äh ich muss den Controller eigentlich ich muss nur nach oben halten ich hab hier ja Controller Input wie ihr seht oben in der Ecke ähm da seht ihr dann dass ich eigentlich nur nach oben halte wie gesagt ich finde äh den Tempel auch Casual besser als der mit äh Makorus das stimmt der Tempel mit Makorus ist sowas von uah den finde ich auch nicht so cool ja wo bin ich? confused so brauche ich nochmal ganz kurz Serious Time jawoll für den letzten Zombie Hover im Game vielleicht bevor ich den Zombie Hover mache erkläre ich kurz was passiert gleich ähm ich sterbe und habe dann ein eine kurze Anzahl ähm Zeit um einen Jump Slash zu machen und nach dem Jump Slash mache ich noch einmal ganz ganz viele Jump Slash um genau zu sein so 13 äh 13 pro Sekunde 13 Jump Slashes ich drücke also 13 mal pro Sekunde auf den B Knopf das seht ihr dann gleich oben an dem an der Controller Cam hoffentlich kacke ich den nicht ab ich habe schon zwei Hover gefehlt okay zwei drei vier fünf und dann drücke ich mit meinem Fuß auf den Game Boy der vor mir liegt ähm um mich mit einem Tingle Item zu heilen und dann ziehe ich äh zur richtigen Zeit das Blatt um in die Loading Zone hier zu fliegen und das war der letzte Zombie Hover im Run jetzt muss ich meine Hände nicht mehr so töten Beziehungsweise deinen Controller Oder mein Controller, ja So, jetzt kommt hier ein kleiner Bomb Boost Um die Gegner hier zu skippen Eigentlich muss man hier jetzt die Gegner Bekämpfen, die hier sind Mit einem ziemlich präzisen Setup Und einem gut getimten Leaf Pull Und einer gut getimten Bombe Macht man einfach einen Damage Boost hier hoch Und man vergisst dann Sich zu heilen Blöd, muss ich noch schnell machen Nicht heilen, sondern Äh, Magic holen Muss ich schnell machen, kostet ein bisschen Zeit, aber ist egal Magic brauche ich Möp fragt, wie viele Controller Hast du eigentlich schon gekillt? Das ist immer noch mein erster Controller Von vor drei Jahren Ähm, ich hatte einmal Also ich habe angefangen mit einem alten Controller Der schon ausgeleiert war Und habe mir dann nach ein paar Wochen schon Ähm, einen anderen Controller geholt Das ist der, den ich jetzt hier habe Also, Wind Waker habe ich rein mit dem Controller gespielt Den ich jetzt benutze Seit Ende 2014 benutze ich diesen Controller Das Einzige, was ich merke Ist, dass der Stick Ganz leicht locker ist Aber an sich ist er noch Sehr, sehr gut in Schuss Der Controller GameCube Controller sind halt Äh Sehr gut Ja, aber den könnte man meinen Die sind wirklich für die Ewigkeit gebaut Ja So, jetzt haben wir jetzt nochmal Chest Storage Weil ich will ja eine witzige Hitbox haben Mit dieser witzigen Hitbox Mache ich jetzt einen Trick Der nennt sich Songstone Skip Ähm, wieder ein Frame Perfect Roll Clip Ähm Leicht Zu failen, aber Ich will mir Mühe geben Nicht, noch mehr zu failen Schauen wir mal, ob ich das hinkriege So, hier gekonnt durch die Wand durchgemogel So, wenn ich Songstone Skip hinbekomme Dann brauchen wir Medley Up hier nicht mehr Ich lasse sie einfach hier stehen Ich, geiler Kavalier Nice, first try Gut Ist ein sehr schwieriger Trick Schreit mich der Typ hier wieder an Die schreien mich nämlich immer gerne an So, Medley brauchen wir von hier aus nicht mehr Ich hasse die Viecher, ey Ja Die sind echt Vielleicht mit OOT sind die hier sehr viel gruseliger Oh, das war nicht gut Wird gerade auf der Gamecube gezockt oder auf dem Dolphin Auf der Gamecube Ich spiele alles Also, falls ihr dann irgendwie auf meinem Channel vorbeischaut Egal was ihr seht, egal welches Spiel, egal Egal was es ist Es wird immer auf Konsole sein Ich bin einer, ich hasse Emulator Wenn du Emulator spielst, bist du kein echter Spieler Das ist meine Meinung zu Emulator Ja, kommt für mich auf den Fall Also ich sag mal Ich hab auch eine Also die Spiele, die ich wirklich aktiv spiele Die habe ich alle original hier zu liegen Ich hab auch die richtige Die Konsolen hier zu liegen Und alles mögliche Aber zum Beispiel Bin ich im Moment noch für mich am herausfinden Ob ich Super Metroid Wirklich aktiv runnen will Das ist das gute Argument für Emulator Wenn man ein Spiel testen möchte Ob es wirklich gut für einen ist Zum Speedrun oder so Dann kann man von mir aus auf Emulator spielen Aber wenn du irgendwie jetzt Zum Beispiel Series runs oder so Dann bin ich der Meinung Emulator sollte Einfach gebannt werden für alles Mit Ausnahme von Weiß ich nicht Ich persönlich würde Zum Beispiel bei OOT ist das Ein gutes Beispiel Es gibt einen Glitch, der Nur auf VC funktioniert Der funktioniert nicht auf Originalkonsole Deswegen würde ich sagen Warum erlaubt man einen Glitch Der nicht mal auf Originalkonsole funktioniert Aber an sich würde ich VC erlauben Weil es einfach offiziell Nintendo ist Aber ja Ja so sehe ich das ja auch Also wenn ich serious Wenn ich wirklich serious runne Dann werde ich mir hundertprozentig NTSC Konsole und auch das NTSC Spiel holen Aber fürs rauszufinden Gebe ich mit Sicherheit nicht 120 Euro raus Weil so viel würde das nämlich zusammen kosten Für ein Hobby Davon gerne Geld ausgeben Kyubi Nint Was ist mit Gameboy Emus Die kann man schlecht aufnehmen Die kannst du sogar sehr gut aufnehmen Man kann Gameboy sehr sehr gut aufnehmen Kannst du nicht einmal Mit dem Super Gameboy Vom SNES Oder aber Mit dem Gameboy Player Für die Gamecube Genau Du könntest sogar über N64 Wenn du jetzt zum Beispiel Pokemon Speedrunn möchtest Oder sonst einfach spielen Könntest du über Pokemon Stadium Kannst du das Spiel über N64 spielen Aber ja sonst hast du Super Gameboy Du hast den Gameboy Player Da gibt es genug Möglichkeiten Also für den Gameboy gibt es da wirklich absolut genug Möglichkeiten Der Gameboy Player macht auch GBA Sevega TV Mit dem Gameboy Player kannst du die Gameboy Gameboy Color Und die GBA Titel spielen Ich finde halt das Ende bei dem Bosskampf besonders so geil Wie er dich da so sieht Abhauen will Und dann das Licht so Ja das finde ich Ist lustig gemacht Ist sehr geil gemacht So und damit hätten wir den ersten Tempel gemacht Um dem Master Schwert seine Kraft wiederzugeben Genau Nur braucht es zwei Tempel Um das ganze Master Schwert wieder aufzuladen Das heißt Man braucht noch einen Dungeon Und der meiner Meinung nach Abgefuckte Tempel kommt jetzt als nächstes Der ist wirklich nicht so geil Der ist so abbehaltig casual Boah Ekelhaft In Speedrun ist er Nicht wirklich Blöd Er ist einfach Ziemlich schwer Du hast da sehr viele Sachen Wo du auf einmal Wo es auf einmal heißt Jo Run ist kaputt Ist over Du hast es kaputt Achsäge Du hast da automation Prof Б Du hast Moment Wenn du hast bist вот Ja das ist Ja das ist Okay. Das klingt jetzt wieder nicht so gut. Das war okay. Ich hab nur das Boot nicht richtig getroffen. Jetzt kommen wir langsam so an die Sektion, wo es nicht mehr, also wo es nicht so viel zu sagen gibt. Dabei kommst du jetzt langsam an die Sektion, wo du Rupees farmst und so, ne? Ja, jetzt mache ich mehr oder weniger nur noch den Abschluss. Also ich mache jetzt noch ein Tempel und danach sammle ich einfach das Triforce zusammen. Und ja, dann treten wir gerne in den Hintern. Aber es gibt zu den einzelnen Sektionen noch hier und da was zu sagen. Aber ja, nicht zwangsläufig jetzt immer. Also wenn ihr Fragen habt, raus damit. Jetzt ist gerade perfekter Zeitpunkt dafür. Genau, jetzt gibt es im Moment nicht so viel zum Gameplay selbst zu sagen. Da könnt ihr ruhig alles fragen. Wir holen uns jetzt hier einfach nur Makar oder Makoros, heißt der ja auf Deutsch. Makoros, ja. Und ja. Machen hier einen Frame Perfect Jump Slash. Weil es eh nicht mehr drauf ankommt, ob ich den fail oder nicht. Soweit ich hinten liege, kann man auch ein bisschen Risky-Zeug probieren. Wieso ist Tingel so gierig? Weil er neidisch auf uns ist. Und weil er es kann. Weil er hat halt keine Konkurrenz. Die sagt, ja komm, entschlüssel deine Karten bei mir. Kostet nur die Hälfte. Kann er halt nicht. Er kann halt voll Monopol den Preis in die Höhe schlagen. So wie die Bahn. Das ist immer ein guter Vergleich. Keine Mitbewerber. Machen wir es halt teuer. Ich finde das mit dem Impul-Viewer Juriens echt cool. Ist interessant zu sehen, was da auf dem Controller abgeht. Ich wollte sogar noch einen Button-Counter dazu tun. Ähm. Das fand ich dann aber, hat nicht so ins Layout gepasst und hab das deswegen gelassen. Ist dann immer interessant zu sehen, welchen Knopf man wie oft drückt. Zum Beispiel ist am Ende eines Runs der B-Knopf, ähm, so bei, keine Ahnung, 10.000 oder so oben. Nein, ist nicht so hoch, aber ihr wisst was ich mein. Verhältnismäßig zu allen anderen Knöpfen ist der B-Knopf einfach mit Abstand am höchsten. Am höchsten. Einfach weil man für Zombie-Haubern. W-Mash wie ein Bekloppter. Ja klar. Ja klar, macht auf jeden Fall Sinn. Ach, bleh. Hast du schon mal eine Vase aus dem Wasser gefischt? Äh, oft genug, ja. Und das ist ein, ein sehr blödes Gefühl, wenn man in einem Run ist. Auf guter PB-Pace ist oder vielleicht kurz vor einem Gold-Split. Und dann kommt da diese blöde Vase und dann musst du halt nochmal, ähm, die Kiste rausfischen. Ähm. Ja, ist ziemlich blöd. Macht dann nicht mehr so viel Spaß, wa? Ja, genau. Da denkst du dir, ja, ich hab ja nicht die blöde Kiste, ich kann mich zurücklehnen. Und dann kommt da so eine blöde Vase und dann, ja, bist du traurig. Es kommt ja eh grad eine Cutscene. Wenn ihr wollt, tue ich trotzdem noch schnell für die letzte Stunde oder für die letzten eineinhalb Stunden noch den Button-Counter rein. Mh, muss ich gleich in der Cutscene schnell machen. Also zwölf meinen auch, just do it. Ich bin schon dabei. Äh. Ja, jetzt kannst du noch einfach unter den Timer setzen, oder? Könnte ich eigentlich auch machen. Ja, glaub ich, grad auf Anhieb das einfachste. Dann müsste ich noch einen Color Key dahinter setzen, da bin ich jetzt zu faul für. Wundervoll. Mach mir das halt schnell so. Jetzt habt ihr da noch einen Button-Counter dabei. Die seht ihr noch, wie oft ich welchen Knopf drücke. So für circa die letzte Stunde oder so. Ja, genau. jedes mal wenn ich diesen dann gesehen da kommt zu einem nur hoch ohne gott und falls ihr euch fragt wie man immer sein begleiter kontrolliert das funktioniert mit der sonate des puppenspielers die man im turm der götter gekriegt hat genau haben wir gerade nicht eingefallen das einzige was ich an dem dann hier cool finde ist was praktisch marco skill wieder so in der gegend rum fliegen kann das ist das einzige was an dem tanke cool ist der button counter stimmt ja weil es nicht von anfang an ist aber sah blöd aus deswegen habe ich nicht gemacht aber mache ich halt noch für die letzten paar stunden für die letzte stunde es ist auf jeden fall echt interessant zu sehen wie oft du welchen button märz sind das ergebnis verfälschen bis hier noch den counter hochtreiben genau im moment was du das eigentlich so ziemlich wie es gedacht ist nur außer jetzt mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit der plattform eben ja genau sonst bis hierhin eigentlich alles normal und ab jetzt ändert sich das alles ab jetzt wird es wieder aber ab jetzt jetzt interessant genau nämlich habe ich eben die kässe gestorrt heißt mein hitbox ist wieder ein bisschen seltsam und was ich damit machen kann ist ein bisschen hier so ein bisschen hingehen wo ich nicht hingehen dürfte der weltrekord ist 355 44 der an hier wird wahrscheinlich eine 4 20 oder so ich liege auch schon zehn minuten hinten auch dieser raum mit dem gefühl 5000 gegnern ich treffe ihn nicht ich treffe ihn nicht wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er wieder nicht getroffen und die ist böse zu mir das ist mir noch nie passiert rng hat mich total in den arsch gefickt das ist mir aber vorhin jetzt sehen wir uns beim anderen den game over screen auch interessant jetzt muss ich erst mal überlegen was ich machen kann dagegen fällt gerade kein gescheites backup ein Was macht man, wenn das passiert? Das ist, glaube ich, noch nie jemandem passiert. Was macht man denn da? Ich habe keine Ahnung, was man jetzt macht, um ehrlich zu sein. Wäre ich nach dem Hookshot gestorben, wüsste ich, was man macht, aber was man hier macht, weiß ich jetzt leider nicht. Kannst du normalerweise nochmal casual durch, oder? Das kostet aber so viel Zeit. Ich weiß, was du meinst, aber du hast gerade keine andere Wahl, würde ich sagen. Warte, mir fällt was ein. Ich glaube, mir fällt gerade was ein. Nicht getroffen. Getroffen? Nee. Nee, geh mir auf die Eier. Jetzt habe ich getroffen. Ja. Moin Manus. Hi. Willkommen zu, wenn Speedrunner improvisiert. Oh ja. Was geht denn? Geh nicht. Ja, er hat jetzt ernsthaft die Port Vase gesnipet. Das war auf Anhieb das beste Backup, was mir eingefallen ist, um ehrlich zu sein. Ähm. Das wird nicht klappen. Kann ich da einen Rollclip rüber machen? Geht das überhaupt? Ja. Es geht. Nice. Geiles Backup. Geiles Backup. Nice. Geiles Backup, das du gerade erfunden hast. Ja. Lol. Hä. 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 Wir sind wieder auf Kurs. Haben nur irgendwie 10 Minuten verloren. Nein. Nicht so viel, aber... Ähm. Gefühlt 10 Minuten. Was hat ihn... Nein. Das ist nicht so viel. Was hat ihn... Das ist nicht so viel. Das ist der da oben. Wenn er mich wieder tötet, dann war es das für heute. Ich hab fünf Minuten verloren. Okay. Gut, da hab ich so ein schlechtes Estimate eingereicht. Warte. Wo war die Magic? Die will ich gerne haben. Was wir im Übrigen gar nicht erklärt haben, wo wir jetzt drauf eingehen können, die Eispfeile sind in dem Spiel absolut OP, weil man kann nämlich die normalen Gegner einfrieren und dann mit dem Hammer auf die draufholzen und dann sind die instakill. Genau. Bei den Rittern muss man es halt so machen, dass man denen ein Teil von der Rüstung ausziehen muss, bevor das funktioniert. Aber ansonsten sind die Eispfeile einfach nur OP. Hier geht er jetzt halt hin und zerstört die Plattform, aber er will natürlich nicht runterfallen, weil es würde Zeit kosten. Genau. Und die letzte Plattform muss ich eine Bombe benutzen, die mich nach vorne pusht, weil sonst während der Cutscene kann ich halt nicht das Schwert benutzen. deswegen muss ich die Bombe benutzen und die Bombe gut timen, dass sie mich wegpusht, bevor die Cutscene startet. Den Trick, den du gerade gemacht hast, den finde ich ja so cool. Mit der Bombe an die Ecke und genau in dem Moment, wenn sie explodiert, hoch und dann wirst du einfach hochgepusht. Genau. Ja. Den Trick finde ich so Hammer. Äh. So witzig. So. Wieder ein bisschen rummogeln. So. 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 Teller. Aberarios alto! F uratul기는. Ja 3 darfst einfach keine, aufzulichen. So. Hier haben wir so lang nicht Martyprofit gesehen. Klar. Alle allein nach лет Seite wollen wir hier noch auf, oder? Was? Tja. Kommack. Komm schon, komm schon, nope, da gehen nochmal 5 Minuten, das ist echt ein geiler Run, ich pass einfach nicht mehr auf, ich weiß nicht warum. Das läuft gerade echt nicht rund für dich. Oh nein, wie gesagt, ich hätte vor zweieinhalb Stunden schon geresettet, aber vor allem sind jetzt noch Leute von meiner Tür, die irgendwas von mir wollen, also es wird immer besser. Da waren Herzen, ne? Die will ich nicht haben, ich muss ja sterben. Ah ja, ich seh's gerade, ja ist okay, ich hab gerade nicht genau gewusst, was du vorhast. Okay. 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 Kannst du während dem Zombie-Hawarn eigentlich nicht von so einem Luftstrom erfasst werden? Kannst du, ich war auch kurz davor, von einem getroffen zu werden. Oh, ich hab's nicht, ich hab's nicht genau gesehen. Deswegen so, hä? Wieso hab ich den Equip gemacht? Okay, wieder komische Dinge tun. Ich muss den Button-Counter hochtreiben. Aus Frust. Was ist eigentlich dein Lieblings-Boss bei Wind Waker? Wieso ist der Button-Counter auf einmal über... Oh, weil jetzt über 100 ist. Äh... Warte kurz. Kannst du uns ein kleiner machen? Wieso ist das okay? Hoff ich mal. Ja, man kann Reise kennen. Mein Lieblings-Boss ist, ähm... ...Puppet Ganon. Okay. Der Snipe. Ja. Der Snipe. 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 Ach, Mann. Schlechter RNG... Uhhhhhh... Blödgelaufen. Es ist ziemlich random, wie die Zunge sich verhält, während er rumfliegt. Deswegen manchmal kann es sein, dass du die Zunge gar nicht treffen kannst. Mein Timing war eigentlich ganz gut. Heißt, ich schätze mal, es war schlecht RNG. Oh, ist er. Okay, gut. Ja, es funktioniert. An dieser Stelle kann ein Game crashen. Ist aber sehr selten. Jetzt ist es zum Beispiel nicht gecrashed. Ja, ziemlich blöd, wenn das passiert. Ich glaube, wenn dir das passiert wäre, hättest du gesagt, so gute Nacht, bleibst du jetzt. Also, wenn das jetzt passiert wäre, dann hätte ich echt gesagt, ja, äh, gute Nacht, Leute. Das würde mich wieder vier Minuten kosten. Also, ich habe in diesem Tempel jetzt zwei, drei, vier, fünf, nochmal drei, vier, neun Minuten verloren. Wow. Und ich war schon acht Minuten behind. Also, rechnet euch den Rest selbst aus. Wir werden das hier jetzt nicht aussprechen. Aber, ohne an die Freude, letzter Tempel. Jetzt geht's erst mal ans Farm. Jetzt geht's erst mal an die ganzen Sub-Dungeons. Da holen wir uns die ganzen Karten und so weiter und so fort. Für das Triforce nachher. Ich sollte theoretisch noch unterm Estimate liegen. Und sonst könnt... Ja, sieht das ganz positiv, der Sack knallhart. So haben wir immerhin mehr Stream. Ja, hat was. Ja, weil das, äh... Egal. Ähm, auf jeden Fall... Morgen werde ich wahrscheinlich ein paar Attempts bei mir machen auf dem Kanal. Also, nicht sowas wie hier, so no reset, mir scheißegal, wie der Run nachher rauskommt, sondern halt wirklich PB-Attempts, wo ich nicht 15 Minuten behind bin, sondern vielleicht eine Minute oder zwei ahead. Die 5000er Wallet hole ich mir gleich. In... Äh... Gleich. Zuerst mache ich den Overlook-Dungeon und dann hole ich mir das Wallet-Upgrade. Teller, König, laubert mal eine Runde mit den Fischen. Genau. So, jetzt haben wir uns Storage und machen den Superswimmen. Wie gehabt, also... So, erstmal hier hoch. Zack. Dann haben wir Storage geholt. Button-Counter noch ein bisschen in die Höhe treiben. Deswegen bist du so weit behind, damit wir den Button-Counter noch schön hochkriegen. Genau, dann habe ich mehr Zeit, den Button-Counter noch ein bisschen zu stressen. Ja, ja. Ist alles geplant von dir? Sagst du mal, was tut's einfach zu? Alles geplant. Ich werde mich hier verabschieden, Cryptag. Danke für den Speedrun. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Von Sylvia. Danke, Sylvia. Danke, Sylvia. Ähm, danke fürs Zuschauen. Hoffe es war... Wo bin ich? Trotz der ganzen Fails, ähm... Unterhaltsam. Ich glaube, das war gerade wegen den ganzen Fails sehr unterhaltsam. Einfach so oft... Oh no, oh no, oh no, oh no. Das Spiel hat mich ziemlich geowned. Ich habe selber auch ein paar Fehler gemacht, aber es war meistens das Spiel, das mich geowned hat. So wie der Darknutt, der mich eben gejumpslashed hat. Ähm, der ist mir einfach hinterher gelaufen und hat mir aber eine Jumpslash verpasst. Habe ich so noch nie gesehen. Alles. Ciao, ciao, Sylvia. Oh. Dankeschön. Tüdelü. So, das ist nur eine kleine... Die Dungeons hier sind alle sehr optimiert. Also man kann hier wirklich jeden Raum schnell machen. Mit coolen Strats und so weiter. Ist hier alles gut geplant und, ähm... Gut... Bearbeitet. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und man zieht hier immer eine Bombe, bevor man die Tür aufmacht, weil... Das habe ich vorhin schon mal gemacht, in einem anderen Dungeon. Wenn... Wenn... Link eine Bombe überm Kopf fällt, dann... Ähm... Dann dreht er sich nicht um und schaut, wie die Tür gerade zugeht, wegen den Eisenstäben. Äh. Da diese... Diese... Mini-Dungeon sozusagen, die fand ich echt cool gemacht. Ja, die finde ich auch alle ziemlich nice. Der letzte Raum ist Spokoblins. Spokoblins sind... ... ziemlich einfache Gegner. Einer lebt noch. Ups. Hehe. Ups. So, jetzt kommen wieder Darknuts. Hoffentlich töten die mich nicht wieder. So wie eben. Na jaaah. Mach ihm mal ein Kompliment ding hier. Wiss ich, vielleicht funktioniert das. Uh. Uh, schon wieder. Ich krieg schlechte RNG. Das gibt's nicht. Okay, das war wenigstens einmal guter RNG. Plus Double Freeze. Nice. Ich will ein Herz haben. Ups, das wollte ich nicht einsammeln. Egal. Wie das Double Freeze funktioniert, ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar, wenn zwei Gegner, sag ich jetzt mal, in einer Reihe stehen. Und man peilt den hinteren Gegner an und schießt dann. Dann zieht der Pfeil durch bis, äh, komplett durch und freest deswegen beide ein. Genau. Der Run geht schon drei Stunden. Jawoll. Der wird noch eine Stunde gehen. Best Possible Time 4.19. Ich fand diese Kampferringen geil. Also die Höhlen mit den drei Einbuchtungen oben. Besonders der eine auf der Tapsen-Insel war witzig, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt. Äh, sagt mir jetzt nichts. Ich kenne mich mit den deutschen Namen eh nicht so gut aus. Tapsen-Insel bin ich jetzt auch gerade voll überfragt. Sorry. Ähm, auf jeden Fall hole ich mir jetzt das zweite Portemonnaie-Upgrade. Hatte irgendeiner, glaube ich, eben mal gefragt. Ja. Irgendeiner hat er eben gefragt. Weiß aber auch gerade nicht mehr wer. Und direkt nach dem Upgrade kommt eines der schwersten Dungeons im ganzen Run. Savage Labyrinth. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Irgendwie, ähm, irgendwas mit Tortur, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wie gesagt, ich bin nicht so der Held, wenn es um deutsche Namen geht. Und bei mir ist es leider schon ein bisschen zu lange her, als ob ich, äh, als dass ich noch alle Namen auswählen können. Ja. Äh, so. Die zwischen Dragon Roost und Portemonnaie. Pawprint heißt die auf Englisch. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Tapsen-Was hast du gesagt? Tapsen-Tatsen-Insel? Tapsen-Insel. Achso, okay. Ja, das, die, dann ist das Pawprint. Wenn die zwischen Dragon Roost und Portemonnaie ist. Drillhöhle-Hundweger-Style. So ungefähr. Drillhöhle, ja, der Name kommt mir bekannt vor. Das ist so, die aus Twilight Princess, wenn ich mich recht erinnere. Aber da kenne ich mich mit deutschen Namen auch nicht so aus. Leider. Kannst du eigentlich japanisch? Hm, wer hat das gefragt? Ich. Aha, äh, ja. Ah, okay. Kannst du es auch richtig, äh, sprechen? Nicht fließend, aber nicht fließend. Ein bisschen. Ah, okay. Wo kommt die Frage jetzt her? Also, kommst du da jetzt drauf? Weil ich mich ja vorbereitet habe. Wer ja den, einen Run angesehen. Von, habe ich dir ja im Vorhinein erzählt. Den SGDQ-Run, ja. Genau. Und da habt ihr euch nämlich über, äh, auch über Mangas und Animes unterhalten. Ach so. Und da hast du nämlich gemeint gehabt, dass du dir die Mangas, äh, direkt importierst. Okay. Da kommt die Frage her. Okay, interessant. Cool. Ja. Ich meine, du hast ja gesagt, ich soll mich vorbereiten. Ja klar, also, Zip hat das gesagt. Wollen wir hier, aber ja, indirekt habe ich das vielleicht gesagt. Okay, einigen wir uns einfach darauf, ich sollte mich etwas vorbereiten. Darauf können wir uns einigen. Cool. Und das hast du gemacht. Genau. Ja, wie gesagt, da kam das Gespräch auf und, ja. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber es ist auch schon zwei Jahre her. Ja. Oh, ich wollte den Swagflip machen. Habe ihn nicht geschafft. So, jetzt kommt Savage. Ähm, hier werdet ihr sehr oft Link schreien hören. Nämlich 30 Mal, um genau zu sein. Und insgesamt, äh, hat dieser Mini-Dungeon 50 Level, gell? Insgesamt sind es 50, ja. Aber in, aber in, in, in die Prozent brauchen wir nur 30. Auch in 100 Prozent, auf der japanischen Version brauchen wir nur 30. Weil in der japanischen Version ist am 50. nur ein gelber Rubin. Und auf der deutschen und englischen und so ist da ein Herzteil. Der Dungeon heißt im Deutschen Verwunschener Irrgarten. Verwunschener Irrgarten, okay. Da kam ich jetzt, da wäre ich jetzt beim besten Willen nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Hier ist aber auch sehr viel optimiert, also, ähm, hier wird sehr viel, also ich habe hier auch, schon sehr viel Zeit rein investiert, um, ähm, um halt Zeit zu sparen. Deswegen sind hier ab und zu viele Strats, die vielleicht ein bisschen komisch aussehen, sind aber alle gut durchplant. So wie das hier jetzt mit dem, mit dem Bogen. Genau wie das Herzteil mit der Kombo bei dem Opa, das Herzteil, da habe ich lange, lange, lange gekämpft, bis ich das gehabt hätte. Oh ja, das ist ziemlich blöd. Äh, okay. Man sieht den Unterschied zum Tests-Bot. Das stimmt. Den sieht man sehr gut. Schreibst du eigentlich auch selber Tests, oder? Ich mache selber auch Tests, ja. Okay. Zu welchen Spielen hast du schon Tests gemacht? Nur Wind Waker. Noch keine Full-Game-Tests, einfach nur, ähm, Dungeons, ein bisschen Overworld-Zeug und so, Minispiele und sowas. Full-Game, ähm, habe ich mal versucht. Glitchless und 100% beides. Bin mit beiden sehr weit gekommen, aber dann hat es am Schluss an Motivation gefehlt, um sie fertig zu machen. Ja, das kann ich mir vorstellen, da brauchst du ja gefühlt unendlich viel Motivation. Ich habe ein halbes Jahr lang daran gearbeitet und bin bis zum Mass-Assort gekommen. Also, ja. Den Trick, äh, den du gerade angewendet hast, den könntest du mal erklären. Äh, das nennt sich Floorskip. Und zwar, während Link den Hookshot zieht, ist er für eine kurze Zeit unverwundbar. Ähm, und, also, sobald ich Damage genommen hatte, ich bin einmal rein, hab Damage genommen von einem Bokoblin. Durch den Damage war ich kurz unverwundbar. Und dann hab ich mich, ähm, mit einem ziemlich präzisen Hookshot-Schuss, ähm, ins Feuer reingezogen. Und das Game hat mich dann, hat dann gesagt, hey, er ist durchs Feuer, ähm, er hat das Loch betreten, also, hat das geschafft. Und dann, ja. Deswegen falle ich einfach durch das Loch, obwohl das Loch eigentlich versperrt ist. Und das werdet ihr gleich noch neunmal sehen. Äh, zehnmal insgesamt noch. Gleich kommt nochmal ein Early Floorskip. Also, im Endeffekt ist das dann wie bei, äh, Link to the Past. Da ist Link ja auch ne gewisse Zeit lang unverwundbar, wenn er den Hookshot anwendet. Genau. Genau. Aber das Spiel ist teilweise schon ein ziemlich gemeiner Dreck. Sagt besonders, äh, hier, diese, hier genau dieser Mini-Dungeon. Das ist casual beim allerersten Mal so, äh. Das machst du das allererste Mal, da denkst du dir so, nee, da kann auf gar keinen Fall, kann da ein Kartenteil drin sein. Ja, klar. Dann kriegst du ja von irgendjemandem, kriegst du ja den Tipp, dass er mal gehört hat, dass da so ein Kartenteil sein soll. Und dann, ja, mhm, alles klar. Ich danke dir. Ähm, Testboard, hast du das erklärt? Ich hab's nicht genau zugehört. Äh, nee, ich hab grad mich ein wenig über diesen Mini-Dungeon ausgelassen. Okay. Testboard, äh, war eben vielleicht nicht das richtige Wort. Ähm, Testboard ist eigentlich nur ein, ein manipulierter Controller, ähm, der Tasses auf Konsole übers, äh, abspielt. Ähm, und Trox, Tasses ist eigentlich, wurde nicht von dem Testboard erspielt, sondern von ihm selber. Also, Testboard spielt sowieso nicht selber, sondern ein Testboard wird programmiert, dass er selber spielt. Also es ist trotzdem immer noch von Menschenhand erschaffen. Viele meinen, dass Tasses, ähm, man lässt den Computer laufen und er findet dann die besten Setups und den schnellsten Weg und so. Aber Tass wird alles von Menschenhand selber programmiert. Deswegen dauert ein Test, deswegen dauert es auch ewig lang ein Test zu machen. Weil man halt jeden Frame einzeln eingeben muss. Und einzeln dem Bot sagen muss, du warst jetzt das und das. In jedem einzelnen Frame. Und das ist halt, ja, genug Arbeit, sagen wir es jetzt immer so. Tasses sind, man, die Programmierungen kennen mich gar nicht aus, ja. Mach mal aus, Ausrufezeichen Tass. Ich hab mal in Pacebin geschrieben, wo alles beschrieben wird. Ausrufezeichen Tass. Danke, Ziv. Ich hab's gar nicht gewusst, dass es da einen Pacebin für gibt. Das hab ich, glaub ich, irgendwie vor anderthalb Jahren mal geschrieben oder so. Für German, für den Testblock. So, wie eben mal gesagt, jetzt hört ihr hier noch Link ein paar Mal schreien. Und zwar mach ich hier jetzt diesen Florskip, den ich die ganze Zeit gemacht hab. Ähm, den mach ich hier neunmal und dann bin ich fertig mit dem Dungeon. Kommt danach dann schon Ghost Ship? Äh, Ghost Ship kommt in plus minus 20 Minuten. Danach kommen noch ein paar andere Dungeons. Ah, okay, da hab ich das falsch im Kopf. In HD ist es wahrscheinlich anders. Ja, das ist das verwirrende, weil, weil, wenn du beides im Kopf hast, das ist dann verwirrend. Hast du eigentlich von Wind Waker auch die Limited Edition? Äh, mit der... Mit der Occasion of Time-Copy? Genau. Ja, die hab ich. Da haben, da haben sich die Leute damals drum geprügelt. Florskips failen in 2017, lol. Ich wollte noch ein Goldspit holen. Jetzt hole ich mir gar nichts. Hä? Oh. Ähm. Der Florskip geht auf jeder Version. Der geht's auch in HD. Also, den kannst du echt überall machen. Wie lang dauert eigentlich eine TAS-Programmierung? Kann man da circa einschätzen, wie ein Speedrun für 10 Min, eine Stunde EDC, oder ist das immer unterschiedlich? Das kommt definitiv auf das Spiel drauf an. Also, ich hab für meine... Für meinen Wind Waker-TAS, der ging eine Stunde 30. Für den habe ich sechs Monate gebraucht. Es kommt halt immer drauf an, wie schwer das ist, was du TASen möchtest. Und Wind Waker ist wirklich, ähm, sehr schwer zum TASen. Okay. Und das sind Waffen. Tschüss. Mit der Bombe cancelt man dann den Hookshot und dann fällt man in die Wand und dann kann man quasi in der Wand sich bewegen. Während Ace diesen Trick gepracticed hat, hat er einen anderen Trick gefunden, der diesen Trick quasi outdated macht. Was ich sehr begrüße, weil dieser Trick ist ziemlich schwer. Er ist gut machbar, aber er ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, und den Trick, den er durch Zufall gefunden hatte beim Practicing, ist sogar eine Sekunde schneller als der Air Slide und 50 Millionen Mal einfacher. Das ist ziemlich witzig. Nämlich, für den Air Slide musst du, wie gesagt, eine Bombe legen und dich dann in Position stellen. Und er hat die Bombe zu früh gedroppt und dann ist halt das passiert, was ihr gleich bei mir sehen werdet. Jetzt habe ich das Thema schon zu früh angesprochen, weil jetzt müsst ihr trotzdem noch ein bisschen warten, bis ich da bin. Cryptech SR, finden Sie, dass 3D-Games schwerer zu testen sind als 2D-Games? Ich habe noch nie ein 2D-Game getestet. Ich habe bis jetzt nur Windbreaker getestet. Deswegen kann ich das leider nicht sagen. Aber ich nehme mal an, dass viele 2D-Games einfacher sind. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. So, jetzt der Trick. Nämlich, wie gesagt, er hat die Bombe ausversichend gedroppt zu früh und dann ist er in die Wand gepusht worden, ohne dass die Bombe explodiert. Und das Ganze sieht dann so aus. Ob ich das überhaupt hinkriege? Der Winkel sieht ziemlich schlecht aus. Ja. Was alles schief geht in dem Run ist unfassbar. Egal, es gibt ein Backup. Ein Backup-Winkel. Also ein bisschen langsamer, aber es gibt's... So. Und das ist Ace durch Zufall passiert und dann hat er gedacht, hey, wie habe ich das gemacht? Und dann, ja, ganz einfach. Wieso hast du jetzt gerade nicht Superswim eingesetzt? Der Superswim zu dieser Insel hier ist sehr, sehr schwer. Ähm. Da, das ist... Der Swim spart an die 40 Sekunden und ist super schwer. Deswegen mache ich den nicht. Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal machen, aber noch nicht. Weil du musst dich in die Insel reinklippen, bevor sie geladen ist. Und dann deinen Speed killen, ähm, während du in der Insel eingeklippt bist. Äh, ja, nein, danke. Ist schon zu viel schief gelaufen heute, wa? Ist schon zu viel schief gelaufen, ja. Wäre ich jetzt ahead oder der Run wäre average und nicht irgendwie so Dogpoop, wie er jetzt ist, Ähm, dann hätte ich es vielleicht versucht, aber... Ungerne. Ähm. Ah, den Mundwaker brauche ich noch. My bad. So wie hier. Jetzt bin ich in die Insel reingeklippt, aber nicht mit Absicht, sondern aus purem Lack. PC-Games kann man auch testen. Man braucht dafür einfach einen speziellen Emulator. Ich glaube sogar mit Bishawk kann man PC-Games testen. Weiß ich allerdings nichts drüber. Es gibt viele Portal- und Counter-Strike-Tests, deswegen auch Call-of-Duty-Tests für PC. Also, ich glaube, es gibt viele neue Mini-Dungeons. Oh, 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 oh. Tests werden immer von Menschen hand erspielt. Sie werden einfach aufgen... Einfach das Ergebnis wird aufgenommen. Das Bestmögliche. Ähm, es wird mit Safe States gearbeitet. Also man spielt so lange, bis man das perfekte Ergebnis hat. Wow, perfekte RNG. Das ist selten. Ähm. Ja. Ja. Man spielt halt mit Safe States und spielt so lange, bis man das gewünschte Ergebnis hat. Ups. Hier ist jetzt die Animation, wie Link sich umdreht. Und die überspringt man eigentlich, wenn man die Bombe zieht. Nur habe ich jetzt die Bombe nicht ziehen können. Soll ich mir und auch immer? Das ist die richtige Tür. Ja, gut. Kann man dieses Rekord noch umändern? Äh, du kannst es umhexen. Aber da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Weil, ja, kann ich halt nicht. Wenn mein Test nicht stimmt, dann muss ich halt von vorne anfangen. Du kannst den Test frame by frame bearbeiten. Also du, du machst das Spiel quasi auf Stop. Dann gibst du ein Input, dann gehst du ein Frame weiter, dann gibst du den nächsten Input und so weiter und so fort. So, jetzt kommt mein Hass-Swim im ganzen Run. Ist nicht sonderlich schwer, aber, ähm, ist blöd. Wow, full Magic. RNG meint das langsam ein bisschen gut mit mir. Ja, es denkt sich so am Schluss so, ja, okay, genug getrollt. Ja, wäre schön. Ja, ich gehe auf nochmal sicher bei dem Swim. Ich vertraue dem Swim so überhaupt nicht. Okay. Okay. Jetzt machen wir wieder das Licht aus, weil ein bisschen Schrumpf sparen muss sein. Ist ja auch schon spät. Ist ja auch schon spät, genau. Warum ist es eigentlich full Daytime? Ich habe, glaube ich, echt meinen Nightcycle verpasst. Bin ich untergefallen? Nee, da ist es. Ciao, ciao, Flo. Bye, Flo. Okay. Das war doch nicht so schlecht. Hm. So, was ich hier jetzt gemacht habe, ist mit Chest Storage meine Hitbox verkleinern. Wie gehabt, schon hundertmal gemacht in diesem Run. Ähm, dann habe ich mich so weit in die Tür reingestellt, wie ich konnte. Und den Hookshot hinter dem Haus angeschossen. Und dadurch ziehe ich mich durch das Haus mit dem Hookshot an den Baum. Und dabei berühre ich die Loading Zone und deswegen, ähm, lande ich im Haus drin. Vielleicht ein bisschen kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Ah. Ich die Ratte anvisieren. Und hier, weil der Hammer halt ziemlich lang ist, kann ich durch die Wand durch mit dem Hammer jumpslashen. Und dann treffe ich den Schalter. Okay. Achso, meinst du? Hehe. Blöd. Unangenehm. Ja, das tut uns jetzt aber leid. Ja. So. Äh. Was man vielleicht auch erwähnen kann, ist, dass, äh, Wind Waker eigentlich noch ziemlich sauber programmiert ist, weil Wind Waker verlangt schon, du musst den und den Trigger auslösen, damit du das und das machen kannst. Das stimmt. Also, es ist nicht jetzt nicht so krass wie bei OOT. Genau. Wenn du, du, es gibt Orte, an die du early hin kannst und du könntest das Item theoretisch holen, aber sobald du das Item hast, crasht dein Game, weil du einen bestimmten Trigger nicht gehittet hast. Also, das Game ist wirklich sauber gecodet, wenn es um sowas geht. Ähm, und ich kann die Tür nicht normal betreten, weil ich hab, ähm, ich hab nicht die Erlaubnis vom Hausbesitzer, seine Tür aufzumachen. Und um die zu bekommen, muss ich, ähm, 40, wie heißt die auf Deutsch, Glücksamulette, glaube ich? Von denen musst du, äh, 40 Stück der Lehrerin geben und dann gibt sie dir die Erlaubnis dafür. Wow. Ich hab noch nie in einem schlechten Run diesen Trick gefailt. Interessant. Eigentlich fähle ich dir nur in guten Runs. Ja, heute hast du... Heute ist echt... Wie gesagt, ich hab meine Konsole angemacht und gesagt, heute ist ein Scheißtag zum Runen. Und genau heute muss ich hier diesen Run machen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Bis jetzt. Oder die, die, die über Tess Bescheid wissen könnten, die ihr Programm schreiben. Ähm, wüsste ich nicht. Ähm, ich, wie gesagt, ich kenn mich null aus mit PC-Testing. Ich teste nur Konsolengames. Hauptsächlich Gamecube. Hauptsächlich Wind Waker. Guck mal, ob mein Day-Night-Cycle richtig ist. Sonst bin ich nämlich richtig am Arsch. Er stimmt noch. Echt überraschend mit dem ganzen Scheiß, den ich gefällt hab, dass ich immer noch in der Zeit liege. Ist echt cool. Wo muss ich denn hin? Glaube ich hier. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir ins Ghost Ship. Und weil ich zu faub bin zu segeln, schwimme ich einfach schnell rein. Nein! Nee, danke. Äh, wo ist denn das Ghost Ship? Da ist das Ghost Ship. Weil segeln zu lange dauert. Das hat sich jetzt grad irgendwie nicht gut angehört mit dem Nein Danke. Meine Schwester hat mir Nudeln angeboten. Ah! So, und jetzt fahren wir hier eine Menge Money. Sehr, sehr, sehr viel Money. Weil wer mag denn kein Money? Und hier machen wir einen Bomb Clip. Mit dem voiden wir und resetten die Ports, damit wir wieder Money holen können. Und diesen Clip mach ich jetzt, bis ich genug Rupees hab. Ich brauche 3.184 Rupees, weil ich habe 8 Trifoss Karten, 8x398 gibt 3.184. Irgendwie nett von dir, wenn auch gerade ein bisschen schlecht für dich, mein Bros. Was? Wegen den Nudeln. Achso, ja. Geht halt grad nicht. Und ich hab aber auch vom Run Döner gegessen. Also ich hab nicht wirklich Hunger. Und sonst hab ich hier noch Kekse. Ja, Cryptek und ich haben kollektiv Döner gefressen mit Pommes. Wir haben kurz vorm Run noch schnell ein bisschen gelabert. Und dann hat er so gesagt, ja komm, ich hab Hunger. Dann hab ich gesagt, ich geh mir jetzt einen Döner holen. Ja, Döner hört sich gut an. Ich hol mir auch einen Döner. Ja. Und dann haben wir uns Döner geholt. Döner schon ewig nicht mehr gegessen. Ab geht's. Ja. Dann haben wir noch darüber philosophiert, dass er zwar eine Dönerbude direkt um die Ecke hat, aber ich dafür den geilsten Pizzaladen im ganzen Umkreis. Und ja. Das Swim funktioniert so, ich locke meine Kamera fest, dass... Oh, Magic. Dass ich, ähm... Uh, nicht gut. Moment. Ich locke meine Kamera fest und wenn ich dann nach oben halte, dann drehe ich mich um 180 Grad. Ähm... Zuerst mal 19,97. Ähm, so viel Rupees hab ich grade. Die Zahl geht an alle, die 97er-Jahrgang sind. Meine lieben Kinder. Ähm... Ja, Stöpsel. Ja. Auf jeden Fall... drehe ich mich 30 Mal in der Sekunde um 180 Grad und bekomme jedes Mal, wenn ich das mache, minus 3 Speed. Und das zählt sich dann halt alles zusammen, wenn ich für 20 Sekunden einen Swim auflade. 20 Mal, ähm... 30 FPS. 30 Mal minus 3. Also... Ein bisschen kommt das zusammen. Bist du 97er-Jahrgang? Nein, bin ich nicht. Ich bin 95er-Jahrgang. Also trotzdem nicht wirklich der Älteste. Aber... 95er-Jahrgang? Ja. Stöpsel! Warte, sag nichts. Du bist bestimmt so ein 88er-Jahrgang oder sowas. Nein. Älter? Bin kein... Bin kein 88er. Bist du älter? Bist du älter oder jünger? Ich hätte dich nämlich älter geschätzt. Ich hab doch gesagt, als du älter gesagt hast, ja. Ach so, hab ich nicht gehört. Ähm... Keine Ahnung. Ähm... 85? Ja, nicht ganz. 86. Okay. Aber jetzt, wo der Chat gerade seine Jahrgänge schreibt, fühle ich mich wie jetzt nicht mehr so alt. Okay. So, das war der letzte Trip. Jetzt haben wir unsere 3200 Rupees, die wir brauchen. Und verschwinden von hier. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie alt Ziff ist, aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um ehrlich zu sein. Ziff, äh, Ziff ist nicht viel älter wie ich so weit. Oder warte. Ne, warte, 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 warte. Veni, Veni ist nicht viel älter wie ich, das weiß ich. Veni weiß ich nicht, kenn ich nicht. Verdammt, bei Ziff, bei Ziff, Veni, Veni, Richtig. Aus dem 18. Ja, oder? Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Es ist Tiff. Stimmt. Tiff und die waren ein Stück älter als ich. Es existieren tatsächlich noch ältere Menschen als du, Tiff. Und dass wir hier uns schön fortbewegen können. Fast 40? Hast du nicht 78 gesagt? Äh, doch. Ist fast 40. Stimmt. Genau. Also, Vini ist nicht viel älter als ich. Tiff ist ein Stück älter und Didi ist sowieso außerhalb jeder Diskussion. So, hier versuche ich gleich den letzten Storage im ganzen Run. Da der Run eh trash ist, versuche ich ihn so lange, bis ich ihn hinbekomme. Jeder Try kostet an die 30, 40 Sekunden. Also mir eigentlich völlig egal an dieser Stelle. Ich bin eh 15 Minuten behind. Auf die Minute oder zwei oder drei kommt es nicht mehr an. Obwohl, ich muss noch ins Estimate kommen irgendwie. Ich liege immer noch unterm Estimate ganz knapp. Äh, ich versuche es wahrscheinlich einmal. Tiff hat doch eh gesagt, du kannst machen was du willst, bist eh der letzte Run. Aber ich gehe ungern übers Estimate. Ah, da packt dich jetzt die Ehre bei den Eiern, oder wie? Ein bisschen, ja. Okay. Ein bisschen. Aber morgen, äh, redeeme ich mich, indem ich mir morgen eine PB hole. Das ist doch mal eine Ansage, oder nicht? Du holst dir morgen eine PB, okay. Morgen hole ich mir eine PB. Okay. Ich werde zugucken. Ich hoffe, dass ich sie bekomme, auf jeden Fall. Ricky, wir wissen alle, dass du es nicht so mit Estimates hast. Oder mit pünktlich sein, oder so. Und was meine Haare angeht, wenn German mir weniger Probleme bereiten würde, würde ich noch ein paar mehr behalten, Tai Tai. Äh, Tiff, das siehst du alles viel zu eng. Hakuna, Tata. Boah, die Lache. Ja, Gammelstulle, die Leute kennen mich nur wegen meiner Lache. Weil mein Commentary ist im Allgemeinen Scheiße. Deswegen wird Cryptec auch nie wieder mich als dem Kommentar dulden. Also ich fand dich besser als den, den ich letztes Mal hatte. Er war zwar... Das ist jetzt grad kein Kompliment, Mann. Ich fand, ich find der Commentary trotzdem nice. Ich wollt nur... das Eis brechen. Yes! Tut mir leid. Aja, wie er's macht ihr! Das ist der behindertste Storage-Spot im ganzen Game. Ähm, den First-Try zu kriegen ist jedes Mal... ein... eine Ejakulation wert. Deswegen... Storage is frame-perfect, deswegen, äh, ja. Gibt's eigentlich Leute, die WW 100% runnen mit der Nintendo-Galerie vollständig? Frage von UKG. Hab ich schon gemacht. Äh, ich bin Erster auf dem Leaderboard in der Kategorie. Ähm, meine PB-WR ist 20 Stunden irgendwas. 20... 20... 20 Stunden am Stück? Ja. Single-Segment? Single-Segment, ja. Holy shit! Das hab ich mal als Follower-Special gemacht. Äh, sonst... sonst musst du auf MISC, äh, Categories gehen, Civ, und dann unter 100% All Menus. Ähm, da ist dann meine... meine Zeit... Ah, das Set hab ich. Aber das ist nicht so, dass ich das aktiv runne oder so, das ist nur, ähm... Das war nur mal als Follower-Special. Jetzt hat er das Richtige gepostet? Jetzt hat er das Richtige gepostet, ja. Aber... Du kannst froh sein, ne? Wenn jetzt Mond hier wäre, ne? Und er hätte Hakuna Matata gehört, dann hätte der direkt wieder Hakuna Matata gesungen. Oh, nice. Das passiert jedes Mal. Das ist bei der 12-Stunden-Challenge passiert, ne? Ich war mitten in meinem, in Anführungszeichen, Run, nennen wir es mal schnelles Play-Through, ne? Ja. War ich drinne. Und auf einmal fällt, aus welchen Gründen auch immer, Hakuna Matata. Okay. Und dann singen wir, also ich, Weser und Mond singen auf einmal im Trio, äh, Hakuna Matata. Und Sif sitzt mit im Channel und sagt nur noch so, ah, das klappt mal. Okay. Haha. Ja, also irgendwie ist das so ein bisschen ein Meme geworden, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo das Teil ist, auf der Insel. Vielleicht kriege ich ja eine Vase, das wäre ja der krönende Abschluss zu diesem Run. Hahaha. Tschuldigung, aber es ist grad einfach so, ne? Wir nennen die Vase liebevoll T-Earn, weil, ähm, ohne auf Englisch earn und T-Earn wird oft für einen geilen Run bezeichnet und halt T-Earn, äh, passt halt super zu T-Earn, deswegen. Okay. T-Earn, aber habe ich leider nicht gekriegt. Vielleicht habe ich ja bei der nächsten Insel mehr Glück. Hahaha. Glück in Anführungszeichen. Genau. Komm ich noch auf 10.000 A-Presses? 10.000 A-Presses? Muss da aber ganz schön Gas geben, oder? Bug Limit ist Glitchless, also Glitchless mit ein, zwei Glitches, die fragwürdig sind. Aber es ist die Glitchless-Kategorie. Es sind einfach ein, zwei Sachen drin, die für manche als Glitches zählen. Für mich auch. Deswegen habe ich sie in Bug Limit umbenannt. Uhuhuhuhu. Ah. Ja. Das könnte vielleicht echt ein Pod werden. Oder was? Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit vorne. Ne, nicht zu weit vorne. Ich bin zwei Meter zu weit weg, ja. Ja, meine ich ja hinten. Ich habe ja immer ein bisschen, äh, delay. Ja, ist klar. Berücksichtigen. In jeder Cutscene mache ich jetzt A wie ein Behinderter. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass ich noch auf die 10.000 komme. Wahrscheinlich nicht. Wenn du nicht auf die 10.000 kommst, musst du morgen im Clowns-Kostüm streamen. Mit Cam. Wenn du mir ein Clowns-Kostüm kaufst, gerne. Du hast kein Clowns-Kostüm? Wieso sollte ich ein Clowns-Kostüm haben? Warum nicht? Ziff hat auch ein Clowns-Kostüm. Das liegt ja jeden Tag extra an für German. Ich wollte gerade sagen, Ziff ist bei German. Der braucht ein Clowns-Kostüm. Oh, was ist das gerade toll hier? Oh, Mann. Zum Glück sind wir im Discord. Wenn wir im Team-Speak werden, wäre schon... Oh, je. Der wäre ja schon reingekommen, wenn ich sage, Was höre ich da? Also Ziff meint, wir spinnen. Ja, ich meine auch, dass ich spinne. Oh, mein Gott. Nimmts nicht so schwer, Leute. Ich mach doch nur Witze. Oh, Mann. Tiff, es sind deine Spinnern. Nee, genau genommen nicht. Cryptech ist ein externer Runner und ich bin immer aus Hilfe. Ich war mal bei German. Ich war mal bei German. Also... Ja, du warst. Das fehlt ja nicht. Ich war auch mal bei German. Du kannst ja nicht zählen. Ja. Oh, Gott. Ich hab Pipi im Auge. Oh, leck. Ah. Herrlich. Wunderbar. Wenig... Wenigstens ist es witzig. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, Cryptech SR wird hier nicht bestremen. Kappa. Lol. Ihr könnt ja bei mir schauen. Bei mir seht ihr wenigstens gute Runs. Nicht so wie das, was ich hier heute abliefere. Dieses... Das ist ja echt eine Zumutung, was ich euch hier gerade abliefere. Ich mein, bei mir seht ihr nicht so viele verschiedene Spiele wie auf German. Bei German seht ihr vielleicht hier da mal viel Variety. Also... Das ist natürlich ein riesen Plus, Gegensatz zu mir. Bei mir seht ihr halt wirklich zu 90% nur Wind Waker. Zu 95%. Ähm. Joa. Also... Wenn ihr Abwechslung wollt, bleibt ihr bei German. Und sonst kommt ihr halt zu mir. Oder ihr switcht hin und her und bleibt bei beidem. Hahaha. Wie fuck. Bei mir seht ihr wenigstens... Bei mir im Stream. Bei mir im Stream. Der German... Der... Der German-Fluch lässt wieder grüßen. Das ist nämlich schon das dritte Mal... Das ist das dritte Mal, dass ich einen schlechten Run habe bei German. Das ist... Ich nenn's einfach... Den German-Fluch. Können wir euch nimmer, ey! Boah! Ich werde hier Gruppen vergewaltigt. Äh... RNG ist wieder nice zu mir. Okay, gut. Wow! Diese Fische! Ich will 10.000. Boah! Hier machst du was mit in dem Laden, ey. Oh, ja. Das passiert, wenn man auf Deutsch runnt. Kam bestimmt von Thiefbuck, oder? Nee, das kam von Pitten Prime. Das mit diesen... Bei mir seht ihr wenigstens gute Runs. Das kam von Thiefbuck. Ach so. Hahahaha! Ich find das dritte cool hier. Ehrlich. Ich wär wahrscheinlich schon bei 20.000 A-Presses, wenn ich den Timer von Anfang an laufen lassen hätte. Den Button-Counter. Diese Lache. Denke dabei an die Hygiene aus Lion King. Lol. Ja, das hab ich auch schon gehört. Ich hab ja auch schon gehört, dass ich mich anhöre wie, äh... Sorry, Ricky. Wie so ein... Wie so ein... Wie war... Wie war das? Äh... Wie... Ich... Meine Lache würde sich anhören wie ein besoffener Weihnachtsmann im Rage-Modus. Hab ich auch schon gehört. Hat irgendwie was. Ja, ne? So ein Kompliment musst du ja erstmal kriegen. Ja. Wow. Ich krieg immer Komplimente, dass ich mich selber verhaue, wenn ich meine Runs verkacke. Wenn du durch meine Highlights durchbrowst auf meinem Channel, wie oft ich mich schon selber geschlagen hab, weil ich irgendeinen Trick gefehlt hab. Ist unfassbar. Wow. Okay. Machst du... Machst du das selbst? Geißeln wieder in, oder wie? Hm... Klar. Hahahaha! Der Tornado! Nooo... Tornado! Nooo, er hat mich echt erwischt. Ich glaub's ja nicht. Nee, oder? Klar, der Michael ist. Oh mein Gott. Alter. Aber ganz knapp, ey. Ich hätt noch abbremsen sollen. WTF? Aber dir geht's gerade gut da hinten, oder? Mir geht's immer gut. Mir geht's einfach immer gut. Mir geht's einfach immer gut. Mein Vater sagt immer, schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, jetzt weißt du, was ich für ein Mensch bin. Oh, ich auch. Wow. Mel Gibson. What? Hm? Check ich jetzt nicht. Ich werd gefickt. Wow. Wow. Äh. Pfff. Ich find das an jeder Katzine jetzt. Ja, ich seh ja, wie der Kauter hochschießt, ey. Das wird ne wahre Wolke. Ach so. Selbstgeistungs-Saufpack? Ähm. Selbstgeistung war schon weit vor Southpack-Mutter. Ach, ich find's schön, wenn der Chat so nett ist. Weißt du, was da tolle ist? Hm. Ich darf jetzt gleich noch die Haue für die Komplimente, die wir Ziff gemacht haben, abholen. Wenn du willst, bleib ich bei dir dabei noch. Ich steh dir noch zur Seite, weil irgendwie hab ich da ja mitgemacht. Und in Reichweite ist auch nicht, also er kann mich nicht hauen. Ihr wisst gar nicht, wie Ziff sein kann, ne? Ziff kann echt cool sein. Ziff ist cool. Aber, ja, lustig machen ist, ich mach mich für alle Leute lustig. Es ist mir egal, wer es ist. Ich mach mich auch über alles und jeden lustig, mir ist das komplett egal. Ja, mir auch. Kork blockt! Nee, oder? Nee. Joe nimmt die Prügel gern an. Fragt wahrscheinlich nochmal nach ner Peilzeit. Oh, Rikki. Bitte nur die richtigen Bilder in den Kopf setzen, alles klar. Schon zu spät, I guess. Criptech, danke fürs Angebot, aber da geht es um germisch interne Sachen. Ja, okay. Ich war's nicht! Ich bin nicht, ich bin nicht germisch interne, ich war's nicht. Kann ich wenigstens sagen. Ziff ist cool, ja, ich bin auch etwas überrascht. Ja, du hast die Leute jetzt offiziell verwirrt. Perfekt. Ich hab nicht gesagt, dass Ziff cool ist, ich hab gesagt, Ziff ist... Warte, was hab ich gesagt? Du hast gesagt, Ziff ist cool. Ja, dann... Genau genommen hast du gesagt, Ziff kann cool sein. Ganz genau genommen. Okay. Hast du so gesagt. Ziff ist netter, ja. Und der ist immer ansprechbar, nicht so wie andere. Genau, Ziff, ich bin die Schweiz. Ich wohne in der Schweiz, also bin ich eh neutral, XD. Lull. Mein Lovely. Hi. Krieg ich echt keinen Pot mehr? Ist ja lame. Du strengst dich nicht genug an. Scheint so. Ich will auch nur die 10.000 A-Press. findest du. Hahaha. Oh ho 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 ho. Der ist bös! Ich hab mal gehört der Spruch ich bin die Schweiz, wurde durch Twilight bekannt. Oh ho 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 ho. Der war BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ sag mal technisch überholten controller kaufen weil meiner da ist das also das digitale steuerkreuz hat nicht mehr richtig reagiert und der analog stick der war zu ausgeleiert sage ich jetzt mal so und da mussten wir dann hingehen und mussten technisch erneuerte kaufen weil den n64 controller erneuern vom stick her das ist noch einfach aber den gamecube sehr schlicht macht du musst mir das nicht glauben möb es ist aber so wie ich noch 10.000 bevor die cutscene zu ende ist ein bisschen schwer haben nur noch 80 präsentiert die part aus dem ich waren so abwärts 10.000 dort und vielleicht sandgelenk xd Die GC-Controller waren extrem stabil gegenüber dem M64. Ja, das habe ich ja nicht bestritten, Sebi. Ich sage nur vom Erneuern her sind die nicht so... Ist das nicht so gut machbar. Das ist ja das, was ich sage. Der B-Knopf sieht auch ein bisschen leer aus. Kriegst du den auch noch auf 10.000 hoch? Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch drei Controller original verpackt hier rumliegen. Falls der hier irgendwann mal kaputt ist. Echt? Hast du noch drei Original-Controller? Ich bin ein bisschen paranoid, was kaputtes Equipment angeht. Ich habe alles in mehrfacher Ausführung hier rumliegen. Wow, das ist krass. Ganz ehrlich, das ist krass. Gib mir den Double, bitte. Double. Gib mir nochmal den Double. Fuck. Das Game trollt mich. Deluxe. 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 Ich glaube, das hast du eben gemeint. Deluxe. Leute. What the fuck? Ich glaube, das hast du eben gemeint mit Das hörst du, wenn irgendwas schief geht. L und R nicht vergessen. Schneide ich mir lieber meinen rechten Hoden mit einem rostigen Löffel ab. Ja, okay. Um die Uhrzeit darfst du es sagen. In meinem Stream sage ich das, wann ich will. Ich habe so eine Alters-Notification. Äh, hier, wie heißt das, ähm, Mature-Content oder so. Ja, das habe ich bei mir im Stream ahnen. Wegen mir, wegen mir und wegen Weser haben sie das bei der 12-Stunden-Challenge extra reingemacht. Nice. Also hier bei Germans. Ach, die ist immer noch drinne. Wegen Taitai. So, weil der Run eh trash ist, gehe ich auf Overkill Trialskip. Der ist ungefähr 15 Sekunden schneller als der andere, aber einfach zehnmal schwerer. Ich versuche den trotzdem. Mir lax. Fernkampfhamster meint. So langsam glaube ich, ich gucke mir diesen Veve-Bug an. Der ist nicht ganz so ein schlechter Runner. Wie ich? Oh, das tut mir weh. Ja, das hat er gesagt. Ich bin nur Vermittler. Ich bin nur der Bote. Soweit ich weiß, ist Ricky nicht vierter auf dem Leaderboard in any percent. Oder in 100 Prozent. Ich bin nämlich bei beiden vierter. Jetzt kommen die Pans. Glaubst du wirklich, ich nehme die raus? Ja, Ziv. Ich weiß es doch nicht. Ich meine, ich bin ja nicht jeden Tag auf German, also von daher. Schaut man Speedruns nicht nur für die Fails. LOL. Und... LOL. Sie packt meinen zweimal vierter gegen einmal zweiter, Kepo. Ich bin erster in der All-Figoreens-Kategorie. Take that. So lange ich hier swimen darf, muss ich wohl drinnen bleiben. Ja, Weser, der Meinung bin ich auch. Swag Bomb. Ich muss auch mit B arbeiten. Ja, wie gesagt, hast du ja versprochen. Machst du bei B noch die... 10k voll. Na, 5 hätte ich noch gerne. Aber 10 schaffe ich wahrscheinlich nicht. Selbst mit perfekten MASHen schafft man 10 nicht mehr in dem Zeitraum. Ich kann ja noch durch die Credits gucken und dann weitermachen. Oh, Ziff hat Fanboys. Ich nicht. FeelsBadMan. Hat gerade einer gemeint. Also, ich mag ja Ziff. Der spielt immer Spiele, die ich mag. Ah, schlechter RNG. My ass. Joe hat mich. Das muss reichen, mein Becky. Ja, ich hab Becky. Als Fangirl. Oder wie man im neuen deutschen Internet sagt, äh, Fangrill. Fangrill. Ich hab null Ahnung, warum man da Grill sagt, ne? Warum weiß ich auch nicht. Ist einfach so. Schlechtes Meme halt. Calls the Internet, oder was? So ungefähr. Mutter, Phantom Gannon. Gucken wir mal, ob ich euch einen fantastischen, äh, Puppet Gannon hinlegen kann. Dafür bin ich immerhin bekannt. Hoffentlich enttäusche ich euch nicht, aber wir sind ja hier in einem Marathon. Äh, wird also wahrscheinlich nichts. Wir sind hier bei German. Das ist, viel wichtiger in dem Moment gerade. Das wollte ich nicht mitnehmen. Uh, daneben. Man muss sie nicht mit den Lichtfallen kaputt machen, aber es geht halt am schnellsten. Und natürlich wieder eine Cutscene, nicht zu vergessen. Die vorletzte im Spiel. Ne, die vorvorletzte. Meine PB ist seit drei Minuten fertig. Ich bin da mal gerade AFK, weil KC. Ja, okay. Mal sehen, ob ich alle Snipes hinbekomme. Die Credits sind eine Cutscene. Äh, dann sind es noch vier Cutscenes, also die hier und dann noch drei. Wenn die Credits auch zählen. Äh, ich krieg glaube ich keine 7000 mehr, oder? Krieg ich noch 7000? Wahrscheinlich nicht. Ich krieg glaube keine 7000 mehr. Egal, konzentrieren wir uns auf Public Cannon. Diesen Public Cannon widme ich euch. Heißt, äh, ich versuche nicht schlecht zu sein. Äh, ein bisschen zu hoch. Äh, zwei rechts. Es sind zwei links. Wow, er trollt mich. Er spinnt gleich. Dann heul ich. Nicht spinnen, nicht spinnen, er spinnt. Oh Gott, oh Gott, langsam. Höh! Äh, egal. Ist kein guter Public Cannon. Wow, ich suckle. Dicke Korks. Mäh, das war schlecht. Dann kann ich wieder ein bisschen an meinem B arbeiten. Tifak ist in, in drei Stunden fertig. Wenn überhaupt. XD. WB. da bin ich wieder. WB. So, versuchen wir den Snipe hier. Ah, ganz knapp vorbei. Ist eigentlich ganz einfach, aber, wie gesagt, heute ist kein guter Run. Tag. Magic. Woo, Triple Magic. Let's go. Na ja, wieder ganz knapp vorbei. Na ja, zu einem schlechten Run passt ein schlechter Public Cannon Fight. Fight aber auch hier nicht. Ich seh auch schon, der Chat, der geht grad hin und ponte dich ein bisschen. Das kann gut sein. Interessiert mich aber nicht. Hahaha. Ich weiß, dass ich grad nicht sonderlich gut spiele. Ich hab ja den ganzen Tag schon scheiße gespielt. Hättest du die Pommes wegbelassen? Ah, fast. Ich werde Bomben equipt. Komm, wenigstens Trockshot. For the memes. For the memes, go! Ah, er hat sich schlecht bewegt. Ah, ich mach magic. Ah, no. So. Du droppst mir magic, hab ich gehört? Kollege? Oder du? Dropp mir magic. No. No. RNG mag mich halt überhaupt nicht. Nee, das ist heute echt ziemlich abhaldig bei dir. 360 NOSCOPE. Let's go. Wow, what? 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 Der NOSCOPE. Der Side-Hop. Wow. Der Side-Hop NOSCOPE. Holy shit. BTF? BTF? Den fand ich jetzt... Und Verb meint, du hättest einfach nach dem YOLO-Ding resetten sollen. Hätt ich auch machen sollen, um ehrlich zu sein. So, 7000 haben wir auf dem B, aber das werden keine 10.000 mehr. Feels bad, man. Einfach voll den YOLO-Shot gelandet, ey. Äh, äh, confused. Das passiert, weil man... Ich wusste nicht, dass wenn man während dem Seilklettern ein B drückt, dass man loslässt. Ich wollte nur den B-Knopf weiter voll machen. Viel Spaß. Das hast du jetzt davon. Ja. Wegen deiner Gier, du warst zu greedy. Ja. Und das Witzige ist, ich bleib nicht unter dem Estimate. Du bleibst nicht unter dem Estimate. Nö. Eine Minute über dem Estimate. Ich habe extra schon so ein... Ich habe extra schon so ein riesen Estimate eingegeben, dass ich mir sicher bin, joa, ich fall nicht über das Estimate, aber ich konnte nicht damit rechnen, dass ich den schlimmsten Run habe, den ich seit drei Jahren hatte oder so. Nein, nicht drei Jahren, aber ja. Seit langer, langer Zeit. Seit Ewigkeiten, ja. Also ein Jahr ist es bestimmt. Aber es geht ja langsam ums Finale zu. Du hast es ja bald hinter dir. Ich meine, ich kriege noch die 8000 Leute. Aber ich fand das cool. In Wind Temple, wo ich da gestorben bin, hat zwar irgendwie sechs Minuten Zeit gekostet, aber ich habe, wie wirst du irgendwie halt, diese, muss ich mich jetzt hier selber loben, ich bin voll eingebildet. Diese Route-Idee, die ich da noch last minute hatte, die fand ich irgendwie cool. Das war nicht schlecht, ja. Die Idee wäre bestimmt nicht jeder so schnell gekommen. Das ist doch die Hauptsache, Peton, oder Prime. Freut mich, dass es dir auf jeden Fall gefallen hat. Meine Hand wird langsam ein bisschen lahm, kurz Position ändern. Meinergleichen ist auch langweilig. XD Aber wo wir jetzt gerade beim Endkampf sind, welchen Ganondorf von allen Zeldas findest du am besten? Bei mir ist es nicht mal Ganondorf, bei mir ist es Demise, oder Demise, oder wie auch immer, von Skyward Sword. Und dann der von Wind Waker. Und dann Twilight Princess. Und dann Ocarina of Time. Also ich find den von Ocarina of Time am coolsten. Ich find nur die Cutscene geil. Das XD, was ich immer sag, das ist dazu da, um Leute zu triggern. Ich sag nie, wenn ich XD irgendwo schreibe, dann mein ich es nie ernst. Ich mein es immer nur so als, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin gerne triggern, ja. Die Geschichte hinter dem Moon Waker Ganon ist halt nice. Ähm, er setzt sich halt dafür ein, dass Hyrule wiederkommt. Ähm, einfach zum Bösen, aber er will sich halt dafür einsetzen, dass Hyrule wiederkommt. und das ist schon ziemlich cool. Nette 2013 Memes. Huäh, 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 huäh. Ich will noch die 10.000. Dann gebt mal Gas. Das Meme geht huäh, huäh, nicht ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So, immerhin hab ich die 9.000 gleich. Also jetzt. Äh. Morgen hab ich Muskelkater in der rechten Hand. Ripfappen. Wird wohl nix. Links geht das so schwer. XD. Lull. Äh. Wenn du sonst keine Probleme hast, morgen. Ich denke nicht. Du wirst bestimmt Albträume von dem Run haben. Oh ja. No. Ist das eigentlich RNG, Wann Zelda schießt? Nein, das ist sobald du mit ihr redest. ähm, schießt ihr den Pfeil. Wow, okay. Zwei, drei, Parry, Stark, Slash, Quickspin, Quickspin. So, jetzt mal hier eine Runde, noch ein bisschen hypen. Eine Runde Rummel hier. Letzter Kampf hier. Jetzt mal Alba. Ist ja gar nicht. Zu spät ist es ja noch gar nicht. Noch ein Goldspit am Ende geholt. Ich glaub's nicht. Letzter Split, ein Goldspit geholt. Nice. War ein 0,5 Sekunden Goldspit, aber Goldspit ist Goldspit. G, fucking G. So, und ich hol mir... Ich hol mir jetzt hier noch die 10.000. So, ich hoffe, der Run hat euch gefallen. Ihr habt was Neues gelernt. Ähm, Joa, keine Ahnung. Äh, wenn ich morgen nicht zu tote Hände hab, dann werde ich auf jeden Fall, ähm, morgen PB Attempts machen. Ich zeig's dann schnell den Goldsplit, dass ihr mir das auch glaubt. Das hab ich alles schon erlebt. Dass Leute sagen, ja, stimmt eh nicht. So. Ich zeig hier schnell meine Splits. Von dem Run. Da unten ein Goldsplit. Hier hatte ich ein Goldsplit und da hatte ich ein Goldsplit. Drei Goldsplits, das ist nicht, nicht schlecht. Aber ja, ihr seht, ich bin 15 Minuten hinten im Run. Oh, ich hab 10.000. Nice. Jetzt der Y-Knopf. Nee. Vielen Dank für den Run. Ja. Auch wenn er nicht, äh, perfekt war, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Finde ich auch. Und hier, folgt dem Kerl. Habt ihr mitgekriegt, dass er eigentlich eine ganz coole Socke ist. Yay, ich bin eine coole Socke. Nee, hat mir echt Spaß gemacht, ja. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen, hoffe, ich bin keinem auf den Sack gegangen. Nee, eigentlich hoffe ich, dass ich den Leuten auf den Sack gegangen bin, weil das kann ich gut. Jo, hat Spaß gemacht, Cryptake, auf jeden Fall. Hat mir auch Spaß gemacht. Können wir gerne mal wiederholen, bei Gelegenheit. Jo, auf jeden Fall. und ja, Shoutouts an die ganze Community, an alle von Germans, an meine Eltern, meine Geschwister, nee, ja, von mir kommt, ich bin hier fertig, du kannst sonst noch irgendwie, irgendwie triggert mich, dass beim B eine ungerade Zahl ist. Warte kurz. Ich will doch. Bleibt auf jeden Fall noch dran, weil es kommen jetzt noch ein paar Shoutouts und so. und ja, wie ihr wisst, die Shoutouts bei Germans sind immer toll. Jo. Ich bin bei den Shoutouts dann auch noch dabei, also würde ich sagen, bis gleich. Und ansonsten, Cryptake, viel Spaß bei was auch immer heute Abend noch. Fappen ist ja nicht drin, hast du jetzt gesagt. Wahrscheinlich nicht, nee. Und ja. Jo. Dann sage ich mal, bis gleich, Leute. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.